Paragraf 5721. Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Tut mir echt leid, dass ich weg war, aber ich hatte hier ein paar technische Schwierigkeiten, müsst ihr verstecken. Und wenn sowas passiert, ist natürlich nichts zu scherzen, muss man natürlich so sagen. Und deswegen habe ich mir den Chapman zur Verstärkung geholt, wisst ihr, das ist mein persönlicher Berater, wenn es um PC geht und so weiter. Und so fort. Der Gute ist immer echt für mich da, wirklich sehr, sehr nett von ihm. Der Chat hat mal wieder Patron genommen und ich weiß manchmal echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das bleibt mir mein, wirklich, das versteht mir echt die Sprache einfach. Aber Leute, wisst ihr was, wir dürfen uns davon nicht fertig machen. Ich werde jetzt einfach starten und dann werde ich es noch auf YouTube öffentlich machen. Aber erst wenn, ja, genau, so ist das. Aber erst wenn ich OZ lesen kann, damit falls irgendwelche Schwierigkeiten vorliegen, ist nicht irgendwie, ihr wisst schon, ne? Genau, das sage ich jetzt auch so. Ey, Danny, Alter, was laberst du da wieder, Alter? Was laberst du da wieder? Warte, da sind schon Gegner, pass mal auf. Alter, Michi, du hast 12 zu 11 Abschluss für Tode. Ich höre das doppelt, achso. Ja, schon, aber schauen wir mal mein Level jetzt an. Ich habe 34, mein letztes war, ähm, Ding, 27. Das ist absolut, ich sichtige in mir, ne? Ey, unser ganzes Team hat, gell, wie Atlantic. Die kämpf ist ja gar nicht sehr cool. So sexy. Da kann man jemanden verarschen, vielleicht. Ich mach mal, hab ich schon. Ey, der New Era, ich glaub, Handy aus. Ach, cool, ja. So, jetzt funktioniert's. Äh, Test, Test, Test. Hallo, Test, Test, geht mein Mikrofon, geht mein Mikrofon, hallo? Hallo? Geht mein Mikrofon? Antwortet doch! Bombe, fallt! Hallo? Keine... Nooo, gute Spieler, in der Anmarsch, oh mein Gott! Ey! Wo ist die T-Fall? Ey, fallt! Wo, fallt! Ja, was? Wo, fallt! Ja, was? Ey, ich will. Äh, du bist schlecht. Nein, bist du nicht! Doch, doch, ich bin schlecht, doch. Tut mir leid, ich bin zu schlecht. Ich bin zu schlecht. Nein, Scherz, du bist gut. Ey, kommst du bitte in der Lobby, bleib mal, ne? Sexy. Da muss der, die bei der Spiegel. Ey, positive Frage! Ey, wo? Bitte bleib in der Lobby! Hallo, mein Gott. Ey, er ist ja low für ihn, wenn man alle kennen. Ja, jetzt mal macht er Video, ich glaube, ich kennt viele. Äh, ich... Ey, positiver Junge, warum positiv? Tja, weil ich's kann. Ja, ne? Finde ich auch, Baby. Nein, ich muss hier rausgehen, unbedingt, Alter. Zu viele Leute, die mich kennen, einfach alles zu viel für mich. Also die ganze Situation wird einfach zu viel für mich. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ähm, deswegen muss ich jetzt, ähm, einfach nur in eine neue Lobby gehen. Kein Problem, Leute. Macht euch keinen Stress. Alles ist gut. Stopp! Stopp! Kann mir jemand sagen, ob mein Mikrofon funktioniert? Kann mir jemand sagen, ob mein Mikrofon funktioniert? Okay. Ist hier ein Deutscher? Ja. Ja, Gott. Ist ja immer Japaner oder so. Ich seh euch. Seht ihr mich auch? Ja. Anscheinend. Hallo. Hallo, funktioniert mein Mikrofon? Funktioniert mein Mikrofon? Hallo? Hallo, funktioniert mein Mikrofon? Hör mich doch jemand. Hallo? Hallo, geht mein Mikrofon? Hallo? Hallo, geht mein Mikrofon? Hallo? Wie geht mein... Funktioniert mein Mikrofon? Hallo? Hallo? Positiver Junge! Hallo? Nein! Positiver Junge! Was, Mann? Ich wurde nicht gekillt, hast du das nicht gesehen? Nein! Positiver Junge! Ey, Positiver Junge, Alter, antworte mir mal! Ist doch schlecht, ne? Das meinte ich, ey, diese Leute, diese Tunas würden nämlich nicht kennen. Ja, kann man stumm schalten. Kann man einfach stumm schalten! Hat gar keinen Sinn! Wieso höre ich mich doppelt? Ey, Tohli! Mach deinen Mikrofon stumm! Ich höre mich doppelt! Hör auf zu reden! Du darfst nicht reden! Hast du das nicht verstanden, oder was? Doch! Ist das zu schlecht zu verstehen, oder was? Ist das zu schlecht zu verstehen, oder was? Pfff! Nein! Nein! Der mit einer schlutflint, Alter! Hallo, Tohli! Hallo, Tohli! Hallo, Tohli! Ich höre mich doppelt! Hör zu! Ich höre mich doppelt! Hör zu! Ja, ich hab doch... Ja, ich doch! Mach mich... Ich höre mich doppelt, Alter! Ich höre mich doppelt, Alter! Tauli! 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 Geh weg da! Geh weg da! Geh weg! Geh weg! Du kleiner... Du... Das ist behindert, Alter! Ich sag's behindert! Ich kann nicht mal eure Kommentare lesen! Dieser scheiß Tauli, Alter! Was macht der da? Ey, Fantastic! Denkst du, du bist lustig oder was? Hey, hab ich nicht gesagt, du! Ey, ohne Witz! Wenn du dich nur einmal neben mich stellst, ne? Dann sag ich den Leuten im Livestream, ich soll nicht alle bannen! Und dann wirst du erst mal gesperrt! Oh, Mann, Alter! Ey, Junge, ich hab neben mir ne J-Tag stehen, ja? Wenn ich will, kann ich dich jetzt direkt Level 1 machen, du kleiner Danny Burnage-Fanboy, Alter! Mach mal lieber nicht hier ein auf, äh, große Fresse, Alter! Sonst bist du gleich lieber, äh, wieder Level 1, Junge! Und ich kann auch, äh, direkt mal deinen, äh, schwulen Account, kann ich auch direkt mal hacken bei YouTube, Alter! Wenn du überhaupt Danny Burnage bist, Alter! Hätte ich deinen ganzen... Wir haben die Bombe! Wir haben die Bombe! Pfff, schau mich an, ich mein'n Shotgun spasst! Den Bomben-Träger hat die Bombe erlangt! Ey, positiver Junge! Hallo? Ey, eine Frage, hallo! Ey, Danny Burnage, sag mal, dass du flauschig bist! Ich bin flauschig! Hallo, eine Frage, man! Ich bin flauschig! Ey, wenn du Danny Burnage bist, ne? Dann sag mal, bitte, wer mit dir im Livestream ist! Leute, lasst uns doch einfach den Fantastic meine Nachrichten mit Dall auf uns Snickers-Eis schicken! Junge, bin ich, hey Junge, will ich jetzt ne Nachrichten kriegen, ne? Ah, der will Aufmerksamkeit, den brauch ich nicht. Das brauchen wir nicht, uns nicht antun! Ist mir zu viel Aufmerksam! Ey, nein! Hallo, hallo, funktioniert mein Mikrofon? Hallo? Funktioniert mein Mikrofon? Hallo? Ja, ihr mich auch! Hallo? Funktioniert mein Mikrofon? Hallo? 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 Funktioniert mein Mikrofon? Hallo? Hallo? Funktioniert mein Mikrofon? Okay, das sah ziemlich verhindert aus! Aber ihr wisst, was ich damit meinte, also wegen der Musik! Ich kann nicht mal in die Kommentare lesen! Aber ne, eigentlich 1000 Zuschauer! Ohne überhaupt es auf YouTube zu posten! Alter! Ihr habt nen großen Penis! Das ist mal heftig, Alter! Heftig, heftig, heftig! Heftig, heftig, heftig! Ich kann tanzen, guck mal! Guck mal, ich kann tanzen! Ich kann tanzen, 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 tanzen! Hier kannst du auch tanzen, 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 tanzen! Tanzen! Yo! Ich geh mal hier hoch, weil ich cool bin und ich kann! Ich kann's einfach deswegen, wisst ihr? Ich will die Bombe legen, dann mach ich ganz einfach meinen, ähm, Move den ich am besten kann! So! Oh nein! Oh! Er geht in mein Gesicht! Immer in mein Gesicht, Alter! Tja, da kommt schon mein Kumpel angelaufen! Ja! Du mich auch! Oh! Du hast sogar ein Mikrofon an! Äh... Oh! Da kommt schon... Oh mein Gott! Nein! Der kommt angelaufen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gott, das ist schlecht, Alter! Mein Team liegt einfach alles so schnell! informação! Ach! Ach! sehr knapp! Das war richtig knapp, Alter! Scheiße! Egal, nochmal! Verreimachen für die nächste! Das ist mitlicht besser, mit diesem ist die auch besser, mal gucken! Okay Na gut, dann bin ich ein bisschen heller Aber das ist ja Hölle sein ist nicht unbedingt besser Nicht was, nicht witzig Nicht witzig? Okay, nicht witzig Ihr habt ja recht Ist nicht witzig Ist ja gut Jetzt hab ich mal die Bombe Was wollt ihr tun? Was Willst du Tun? Geht doch weg, Alter Glatzkopf Ich brauchst nichts hier in Glatzkopf Ja, Opfer Das kommt davon Vom Campen, Alter Ich geh jetzt hier lang einfach Und hier hoch Nein, nein Wieso sieht er mich denn? Voll Spaß, Alter Nicht verleidig Gar nicht, Alter Wieso kann ich die Mutter nicht lesen, Digga Das war nichts Runde verloren Bereit machen für die nächste Ich kann die Kommentare irgendwie nicht lesen Heftig, Leute Heftig, Alter Heftig, Alter Heftiges Erlebnis Ich muss mal kurz was gucken So So Lasst uns die deutsche Hünde singen Ich passe Okay Das war nicht nett Nein Nein Untergeladrone So Ich chill einfach hier mal Ein bisschen Mal sehen Äh Ne Hab ich die Bombe? Nein Hab ich natürlich nicht Er legt die Bombe Er legt die Bombe Okay Ich sollte nicht so kommentieren Das mögt ihr nicht so Das ist mir aber egal Bin ich gemein Bin ich gemein Oh nein Da kommt er Scheiß Camper, Alter Immer nur da am Hocken Immer nur da am Hocken Ich sag's euch, Leute Es ist immer dasselbe Heutzutage mit den Campern Es geht mittlerweile echt gar nichts mehr Gar nichts mehr Vielleicht sollte ich einfach mal Den Browser wechseln Oder? Was sagt ihr dazu? Sollte ich einen anderen Browser nehmen? Ich glaube schon Ich nehme mal Ähm Explorer Explorer So Mal sehen Ob es hier mit geht Müsste aber eigentlich Irgendwie muss es ja gehen Nicht witzig? Okay, nicht witzig Okay, so Schnell hier hoch Schnell hier hoch Schnell hier hoch Wir müssen erster sein Wir müssen Ninja defuse Oh ja, komm Zu viele angelaufen Was macht er da? Ich weiß schon, wo die hingehen Leute, lasst uns nicht verarschen Ich weiß, wo die hingehen Ich weiß ganz genau, was die vorhaben Sie wollen nicht bei B legen Ich wusste es Die werden hundertprozentig hier lang kommen Was die vorhaben Ähm Sie wollen nicht bei B legen Oder? Ich weiß nicht Sieht so aus Ich kann eure Kommentare immer noch nicht lesen Die werden hundertprozentig hier lang kommen Das liegt nicht an Browser Das liegt an Ähm An Twitch Scheiße Kann doch gar nicht sein, Alter Soll ich da lang gehen? Schleichen Weil ich's kann Oh Okay Ich sollte die flankieren Vielleicht sollte ich aber auch hier mal hochgehen Könnte nämlich interessant werden Komm schon Komm, geh hoch, Alter Oh Gott Oh yeah Weil ich's kann Oh nein Fast um Die wollen zuhundertprozentig Scheiße Mann, immer stärktes gegen das Team Ich hab nicht gestiegen Ich bin nicht sauer Es kommt euch so vor, dass ich sauer wäre Aber ich bin nicht sauer Glaubt mir Atembesomte Killcam Darauf einmal masturbieren, bitte Oh man Da kommen meine ganzen Team Kameraden wieder an, Alter Das nervt so übel Immer machen die das Immer wieder machen die das Haben die keinen anderen Hobbys Haben die keinen anderen Hobbys Da kommen sie auch schon an So Ich warte einfach mal Der wird eh sterben Hier, mein Teammate Hä? Wow, der ist ganz schön gut, Alter Hat den einfach weggeholt, ey Ich hol der Ich laufe einfach raus Das war so klar, Alter Ich bin so schlau Und ich wollte den Superhelden spielen Und einfach raus dann, Alter Was ist? Der Sniper kommt an Heftig, Alter Ja, jetzt geht's los, Alter Jetzt zeigt er, wie es abgeht Schaut euch mal diesen Skillman an, Alter Sehr gerken, Alter So wie du will ich auch mal werden In meinem Leben Wenn ich das geschafft habe, Alter Schauen wir uns mal Oh, heftige Skills Einfach diese Diese Wie er schleicht Nee, nee, er schleicht dich mal Er zirrt einfach mit seinem Sonnenbrillow Und bräunt sich ein bisschen Sieht ziemlich interessant aus Und, äh Ja, das einzige, was er kann Ist eigentlich Ja, oh Jetzt wechselt er die Position Heftig, Alter Oh, jetzt geht er wieder Zu seiner alten Position zurück Heftig, Alter Ey Einfach nur Proskiller Oh, jetzt wurde er gekillt Das war bestimmt geplant Gott, das verhindert, Alter Gut gemacht, Agenten Bereit machen für die nächste Runde Und ich bin schwul Ich hasse diese Sniper, Alter Ich hasse diese Sniper Leute, ihr Ich kann eure Kommentare gar nicht lesen, ne Das schmerzt mir übel, Alter Ohne will, das schmerzt mich übel, Alter Könnt ihr euch das glauben? Könnt ihr mir das glauben? Ich kann die einfach nicht lesen, ey Unglaublich, ey Einfach schrecklich, Leute Wir haben voll die schrecklichen Gegner Im Gegner-Team Wir haben voll die schrecklichen Schrecklichen Gegner Im Gegner-Team Ich sollte hier ein bisschen chillen Weil ich das Gefühl Dass ein hier gleich lang kommt Nein, kommt nicht Okay, dann rennen wir durch Dann rennen wir durch Dann wird durch Seid ihr mit mir, Leute? Seid ihr mit mir? Oh, Opfer Ich wollte schon was sagen, Alter Ich wollte schon beleidigen Hätte ich aber niemals getarnt Ihr kennt mich doch Nein, der hat mich gesehen, Alter Ich muss erstmal wieder reinkommen, Alter Habe ich überhaupt die richtigen Perks dabei? Moment mal Leichtgewicht Ich muss meine Klasse-Presse einstellen Das war so klar Oh, das Oh, hallo Gerken Na, so sieht man sich wieder, Alter Na, wieder am Rumpskillen Ey, Danny Gib mal zu Du bist super Flauschig Ey, schaut euch mal Oh, jetzt muss ich den wieder auf Rump stellen Alter, Gerken Unglaublich, der Typ Einfach nur zu skillig Leute Wirklich Wenn ihr gut sein wollt Dann müsst ihr das tun, was Gerken tut Geht in die andere Stelle hier Zielt einfach Das ist die Taktik der Pros Heftig, Alter Schaut euch dieses Skill an Schaut euch dieses Visier an Das ist extra für ihn gemacht worden Für Se Gerken Aber ich hoffe, ich kann mit ihm reden Mal gucken, ob er ein Mikro hat Einfach zu skillig für diese Welt Ganz einfach Kann man nicht anders sagen Heftig, heftig Oh, da kommt sein Kamerad Oh Sein Kamerad Schaut euch das mal Schaut euch das mal an Wie die da chillen Ist das geil Ist das geil Wir haben gewonnen Nicht was jetzt Ey Leute, das ist so lustig, ne So richtig lustig ist das Wisst ihr das So richtig lustig ist das So richtig, richtig lustig So So richtig Nicht was Ja Hallo Gerken Mal gucken, ob er mich hört Wartet mal kurz Ich muss kurz gucken Hallo Hey Mikro Hallo funktioniert mein Mikrofon Hallo Kann mir jemand sagen Oh mein Mikrofon funktioniert Hallo Scheiße Hey was Nicht noch so einer, alter Äh Noch so einer Schaut euch den mal an Das will ich sehen Der Beste der ganzen Welt Ohne Witz Da ist sein Kumpel Heftig, alter Einfach nur heftig Ey Ich kann eure Kommentare nicht lesen Das ist so schrecklich Ich verstehe das nicht Wieso Heftig, alter Ich kann eure Kommentare gar nicht lesen Leute Okay, ich weiß was ich auf dieser Halb tue Ich mache mal dasselbe eigentlich Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ich kann mich gerade Hä Oh nein Jetzt Ja Ich weiß schon was los ist Ich höre das alles doppelt jetzt Wie soll ich das doppelt Ich habe dir Nachrichten geschickt Und also deine Nachrichten kann man lesen Hey Wieso höre ich das doppelt Das verstehe ich jetzt nicht Bitte schließen Sie den Controller an Der ist doch angeschlossen Hey Positiver Junge Den kenne ich doch Wieso höre ich das doppelt alter ich fühle mich beobachtet irgendwie funktioniert heute echt gar nichts alter Keine Ahnung alter Ich kann Leute kommentare nicht mal lesen gar nichts kann ich tun Ich beschütze dich Staatsfreund Ey Born Universe Born Universe Funktioniert mein Mikrofon? Hallo Hallo Funktioniert mein Mikrofon? Hallo Oh da kommt gleich einer Da kommt gleich einer Wir müssen unbedingt hierbleiben Wir dürfen uns nicht bewegen Ich muss mich echt daran gewöhnen alter Ich würde jetzt einfach russeln Ja da kommt er Oh Mann Fuck off Hallo funktioniert mein Mikrofon? Hallo Ja Hallo Funktioniert mein Mikrofon? Nein funktioniert nicht Nein funktioniert nicht? Okay gut danke für die Info Mein Xbox hat sich aufgehängt Geil Hat sich einfach aufgehängt mein Xbox Keine Ahnung ist noch nie passiert Merkwürdig Alter Weil dich doch mit dem Laden Ah jetzt geht's Ich überlege gerade Wieso ich eigentlich eure Kommentare nicht lesen kann Das ist doch voll komisch jetzt irgendwie Echt merkwürdig Ich glaube wir sollten Selbstmord begehen Okay gut Lass uns noch mal Einfach noch mal machen Nö ich sehe keine Kommentare Vielleicht ich natürlich noch mal Weil ihr einen großen Penis habt Merkwürdig echt Verbindung zum Online-Dienst Okay nochmal Muss bald wieder ein bisschen Clips sammeln So So Mein Name ändern Hallo funktioniert mein Mikrofon? Hallo funktioniert mein Mikrofon? Hallo Okay Das sind Amerikaner Die kennen mich so hundertprozentig nicht Ich sollte echt mal irgendwie versuchen So Der ist tot Ne Der ist doch nicht tot Hätte ich nicht gedacht Das ihr überlebt Oh nein 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 Oh nein Da kommt er Da kommt er Oh man Das wird spannend Alter Oh der killt alle Die Kinder sind so schlecht Ich hasse es Es ist immer wieder dasselbe Ja das übliche echt Immer das übliche Es nervt über Team echt Oh Gott Hallo funktioniert mein Mikrofon? Hallo Oh der chat funktioniert nicht Weil du nur so Hallo Hallo funktioniert mein Mikrofon? Hallo Hallo Ja hi Hallo Ja den die Bird Hallo funktioniert mein Mikrofon? Hallo Ich schaue das mal an Leute Frag mich nicht Wieso ich nicht mehr verarschen kann Was? Es funktioniert Nein Es funktioniert nicht Doch Es funktioniert Digga Kurva Matsch Mann Es funktioniert Glaub mir Ey Kurva Matsch Ich gebe dir gleich Kurva Matsch Nein Gib mir nicht Kurva Matsch Ich gehe raus Ich habe keinen Bock Dass die mich erkennen Wisst ihr was Leute Ich glaube ich sollte Ich werde den meinen Namen ändern Ich werde einfach mit Kreditkarte bezahlen Nöööööööööööööööhhh Hat ja keinen Sinn sonst Ihr seht es Ihr seht es doch Hallo funktioniert Kann mir jemand sagen ob mein Mikrofon funktioniert? Hallo Kann mir jemand sagen ob mein Mikrofon funktioniert? Hallo, kann mir jemand sagen, ob mein Mikrofon funktioniert? Hallo? Hallo? Funktioniert mein Mikrofon oder nicht? Hallo? Hallo, ich höre irgendwelche Leute, aber Funktioniert mein Mikrofon? Nein! Nein! Ein positiver Junge willst du mich nicht so cool zum Private-Chat einladen? Ach nö, du bist es nicht wert! Deine Mutter Okay, meine Mutter, ist cool, ich weiß So Ich kann eure Kommentare immer noch nicht lesen Hammer, Hammer Twitch Du machst immer wieder guten Job Respekt an dich Die werden hier ein bisschen chillen Die werden hundertprozentig, äh, ja Ich kann nicht mal eure Kommentare lesen Das kotzt mich so an, Alter Was ist denn von Fuck, Alter? Oh, das hab ich nicht gesagt Das war ich nicht, das hab ich nicht gesagt Habt ihr weiß, dass ich das... Danny Burnish, Digga Riesel runter Riesel runter, ist immer... Er ist auf Aber es ist noch nicht... Ey, positiv war der Junge Sag mal 1, 2, 3 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Oh, das soll nicht auf laut sein So Ich weiß, wohin ich gehe Ich gehe einfach hier lang Okay, sieht gut aus Mal sehen, ob einer hier lang kommt Ob sich das einer zaut Zaut sich das jemand? Da kommt einer Meine Teammates sind die schlimmsten ever Noch nie so schlimme Teammates gesehen Wirklich nicht Es ist egal, was man macht Meine Teamkameraden sterben immer Und wodurch? Natürlich Ja, da ist schon der Nächste, Alter Das kann ich Einfach nur schrecklich Ich kann nicht verdünftig spielen Ich muss mein Game attackieren Jede Sekunde ändern Jede Sekunde kostet mich 10 Euro, Alter Wow, ich kann immer die Kommentare Immer noch nicht lesen Geil Ich werde trotzdem Das Video auch öffentlich schalten So Meine Bombe Oh, nein Sehr leise Bitte Oh, nein Oh, nein Nicht Ich muss raus An dieser Stelle kann man nichts machen Ich muss kurz mal gucken Warte Hallo Funktioniert mein Mikrofon? Hallo Funktioniert mein Mikrofon? Oh, halt die Fresse Hallo Funktioniert mein Mikrofon? Wo funktioniert mein Mikrofon? Hallo Hallo Alter Ey, Chris Dexter Ey, ey, ey Fighter 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 Ey, Junge Fighter Ey, ich will dich Hab man dir irgendein Gehirn? Ey, ihr wisst schon, dass das deine Börde triff Hat man dir ein bisschen ins Gehirn geschissen und vergessen ab zu sparen? Wahrscheinlich Da kennt mich immer jemand nicht und dann Ey, ich weiß schon, dass das deine Börde triff Findest du das lustig? Dexter Bist du zu dumm für diese Welt? Tut mir echt leid Aber anscheinend schon Ey, ich weiß schon, dass du deine Börde triffst Aber wieso weißt du sowas? Wieso weißt du sowas? Antworte doch Bist du das? Ne, du bist das eigentlich Okay Ey, der Arsch Uh, ey Oh, ho, ho Alter, Schwede Wow, alter Ey, Digga Überzeugt mal nicht, Alter Zu sexy Diese Sexiness Oh mein Gott Zu sexy Du bist einfach zu sexy, Alter Zu sexy You're sexy And you know it Tja, wir mal sehen, was er sich jetzt denkt, Alter Oh, das war der letzte Gegner Ich... Boom Komm ich angelaufen Boah, Junge Al Positive, Junge Man hört dich Nee, Alter, das blockt mich so dumm Kurz warten Oh nein Oh nein, nein, nein Da ist er Fusser Hä, er ist weg Nee, hier kann er nicht sein Hier sind die Links da Ah, da ist er Ich höre Das ist für mich Ich hatte das alles doppelt Ich weiß nicht, wieso Ah, ich weiß, wieso Ja Gib mir ihn auch so Dreifbar Hitpoint W-23 Zwei Mal Ist okay Ich nehme alles durch Ja Schön zu wissen Warte mal Ich lade mal den Fighter ein Der kennt mich nämlich nicht Äh, Freund Ist am Fahrer senden Aber ich lade ihn mal ein Mal sehen, ob er reinkommt Scheiße Ich werde dir einfach so eine Nachricht senden Wo ist er? Arschen So Ja, hallo Ähm, es geht um dein Spielstil Äh, das geht gar nicht Das ist wirklich schrecklich Wie du spielst Ich muss es unbedingt jetzt mit erklären Weil ich hab für die Die Spiele 70 Euro bezahlt Und da kommen solche Camper an Wie du Und äh, zerstören mir alles Bitte Äh, es geht gar nicht Heutzutage das mit den Campern Schrecklich, schrecklich Ich hoffe, dass, äh Er erkämmt nicht mehr Dass der tot ist, ist so klar, ne? Und ich war schon längst hinter der Ecke Pussy, Alter Ich hab'n Noob-Tool Ich bin... Ey, ey, Fighter 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 Ja, Fighter Fighter Du campst die ganze Zeit Du bist nur am Campen die ganze Zeit Hör auf damit Fighter, hör auf damit Bitte Man, Alter Heftig, ey Höftig, ey Höftig, ey Ich kann hier verstecken Das ist auch ein guter Ort Okay, nicht wirklich Aber vielleicht hab ich ja Glück Who knows Ja Und? Ja Vielleicht hab ich ja Glück Komm schon Renn doch hier einfach lang Oh, nein Fighter Fighter Hör auf zu campen Hör auf zu campen Hör auf zu campen, Alter Hör einfach auf zu campen Okay, dann ist alles gut Suchen und zerstören Das Ziel beschützen Achtung Feindliche Vorräte unterwegs So Mal sehen, ob er mich sieht Wenn er hier lang kommt Ich glaub aber nicht Oh, nein 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 Ich mach keine Muschi. Ich bin der Stator. Guck mal, er sucht mich. 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 Guck mal, er sucht mich. Oh! Oh! Biggest Verarsche ever! Komm, die Killcam. So funktioniert das, Leute. So funktioniert das. So will ich es haben. Ich kann eure Kommentare immer noch nicht lesen, aber ist ja auch egal. Ihr werdet sowieso scheiße finden, wie immer eigentlich. Ne? Natürlich. Ey, du bist ja voll schlecht geworden, Alter. Du bist ja voll schlecht geworden, Alter. Übel schlecht, Alter. Ich kann halt... Man sollte da echt nicht lang gehen, Alter. Da kann man nicht lang gehen. Mein Nase juckt die Hülle. Ach, das war ein... Ach, das war eine Maschine, Alter. Nicht Maschine, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch! Ach, Fighter existiert ja auch noch. Warte mal. Fighter! Hör auf zu campen! Fighter, hör auf zu campen, okay? Okay, du hast 5 zu 5 nur durch campen, Alter. Fighter! Hör auf zu campen! Fighter! Hallo, Fighter! Fighter, ich rede mit dir! Fighter! 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 Hör auf zu campen, okay? Fighter! Hör bitte! Guck mal! Nur ein bisschen bewegen! Nur ein bisschen deine Füße bewegen! Ich hast zu viel verlangt! Fighter! 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 remembering! 껍 Nein, darf ich mal schicken. Fighter! Hör einfach auf zu campen, okay? Dann ist alles gut, okay? Danke. Vielen, vielen Dank. Und, ähm, ja, dass du nicht mehr redest, ist klar. Camper reden nie, deswegen passt es zu dir. Also, camp weiter. So. Ich hab vergessen meine... Hey, geh rein. Ah, da kann man richtig geile Dings da defusen, Ninja defusen. Und zwar kann man sich einfach... Geh weg, Alter! Willst du mich verarschen? Hallo, geh einfach weg, Mann. So, danke. Mein Team ist natürlich wieder zu schlecht. Da kommt schon der nächste Schwuchtel und glaubst du mir im Arsch. Jupp. Ist genau richtig. Jupp, du bist gut. Und genau durch sowas geht alles kaputt. Ich kann eigentlich schon die Lobby verlassen, weil dir das Spaß die ganze Zeit mir jetzt hinterherlaufen wird. Und kein Leben hat. Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr den Lindner blocken. Also, nicht blocken, aber ne Dings da senden. Ihr wisst schon. Damit er gebannt wird, Alter. Und nie wieder spielen kann. Ich kotze mich wirklich an. Immer dasselbe. Suchen und zerstören. Fighter. Die Ziele beschützen. Verarscht. Nein, nicht verarscht. Der wusste nicht mal, dass ich da bin. Oder? Naja, das war kein Verarscht. Hier ist eine Claymore. Soll ich die machen? Ich könnte ja was versuchen. Okay, ich versuch mal was. Okay, wartet mal. Ne, das hat keinen Sinn. Er wird nicht hier lang kommen. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Jo, was geht ab? Mein Name ist Danny. Danny. Nö, um genau zu sein. Und du bist... Fighter! Das war Fighter. Oh, da ist die Bamba. Er kann ich eh nicht mehr entschärfen, aber... Ja, verloren. Fighter! Wer ist das denn? Fighter! Ey! Ey! Juicy! Juicy! Hör auf zu campen! Hallo! Juicy! The Juicy! Alter, was wollt ihr denn als... Hör auf zu campen, Alter! Juicy! Hör auf zu campen! Ja, was? Hör auf zu campen! Ich campen schon, Mann. Die ganze Zeit schon, Alter! Alter. Hör auf zu campen! Hallo! 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 Hör auf zu campen! Ja, ich hör dich schon! Hallo, hör auf zu campen, Alter! Alter! Er ist tot! Ich hab ihn zu sehr gespresst! Oh, da ist er! Hallo, mein Name ist Danny! Wie heißt du? Alter! Ich campe nicht! Juicy! Hey, nein! Juicy! Hallo! Hallo, hör auf zu campen, Alter! Du, du, jetzt das ganze Spiel! Alter, ich mach mal gar nicht, komm schon! Ja, komm schon! Ja, komm schon! Hör auf zu campen! Ey, wusstest du, dass mein Name ist nicht auf Pussy, Alter, Mann? Juicy! Krafte war's! Juicy! Hör auf zu campen! Alter! Nein! Hör auf zu campen! Alter! Juicy, hör... Mama! Der nervt mich! Juicy! Hey, Digga! Juicy, Alter! Übertreib mal doch! Übertreib doch einfach mal nicht, Alter! Komm schon, Digga! Digga, übelster Camper, Alter! Du kannst mich hier auf YouTube abonnieren, Alter, ganz ehrlich! Digga, übelster Camper, Alter! Ja, Digga, chill! Digga, übelster Camper, Alter! Übelster, Digga! Übelster! Heftig, Digga! Junge! Übel! Digga, heftig, Alter! Ha! Junge! Digga, heftig, Alter! Heftig! Oh, der nächste ist einer! Ich hab ihn gehört! Der... Ich bin nicht gut oder bin ich gut? Sag mir, wie gut ich bin! Los! Gib ihm kurz! Oh, toll! Nein! Ich kann doch nicht dran, Chaita! Nein! Oh, Glück ab! Oh, oh! Nein! Ich bin mal weg! Ich bin eine Statue! Ich bin eine Statue! Ich bin eine Statue! Bin ich eine Statue? Ich bin eine Statue! Oh, doch keine! Oh, ein knapper Kampf! Ich muss beilen! Oh, das schaff ich dann noch! Dann ehrlich! Juicy! Junge! Juicy! Juicy! Hör auf zu campen! Alter, Digga! Juicy, alter! Ja, was ist los, Digga! Erzähl mir, was das Problem ist! Ich bin ja Steuerberater! Hör auf zu helfen! Hey, campen, alter! Juicy, wenn du nicht aufhörst zu campen, bin ich in 5 Sekunden draußen! 1, 2, 3, 4, zu spät! Da war dieser X-Hike, der ist nachgejoint! Deswegen, wenn er nochmal nachjoint, dann trete ich ihn in den Arsch! Aber richtig! Hallo, hallo, funktioniert mein Mikrophon, hallo? Hallo? Kann mir jemand sagen, mein Mikrophon funktioniert? Hallo? Kann mir jemand sagen, ob mein Mikrophon funktioniert? Kann mir jemand sagen, ob mein Mikrophon funktioniert? Hey, Danny Burnish! Danny Burnish! Funktioniert mein Mikrophon, hallo? Danny Burnish! Hallo, funktioniert mein Mikrophon? Alter, Danny Burnish? King Bushido! Hör auf zu campen! Hör auf zu campen! Ich kämpfe nicht, oder? Ich kämpfe nicht! Alter, der hat 200.000 plus Abonnenten auf YouTube, hey! Ey, King Bushido, Alter! Hör auf zu campen! Hey, Mann! Bring mal wieder unser gutes Verarscht raus, Junge! Ey, klette! 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 Hör mir zu! Hör auf zu campen! Was lapperst du, Junge? Klette! Klette, hör auf zu campen! Deine Mutter! Deine Mutter ist negativ! Hey, klette! Hör auf zu campen! Hör auf zu campen! Hör auf zu campen! Du bist die jetzt glücklich! Ich hab' nicht so einen Scheiß, du Sprache! Klette! Ja, gut, ich weiß, dass ich so heiße ist! Klette! Immer dasselbe, Alter! Immer dasselbe! Immer nur am Campen! Das sag' ich euch! Ich schick's nicht! Wieso wollen so viele Leute meine Freunde sagen? Weil du nicht genug hast und die Mitleid mit dir haben! Oho, das war nice hier! Oh nein, das ist schon der nächste, Alter! Wir sehen schon! Du musst jetzt ganz genau, dass ich gleich sterben werde! Oh, was war das? Ey, moine! Jünger! Da kämpft ihr in der Ecke so unverschämt! Was ist das für ein Ratsau? Oh, das war ein Neffektor! Da geträgst du die Fresse, sollst du halten! Ich weiß schon, was in den Kommentaren stehen würde, wenn ich sie gelesen hätte. Ich kann leider so in den Kommentaren nicht lesen. Aber ich weiß genau, was ich denn stehen würde. Klette! 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 Ey! Ey, ey, King Bushido! King Bushido! Dein Penis ist klein! Dein Penis ist klein! Doch, der Penis ist klein! Doch, der Penis ist klein! Doch, der Penis ist klein! Dein Penis ist klein! Dein Penis ist klein. Dein Penis ist klein. Hey, streamst du gerade? Äh, nein. Wieso? Ah, ich hätte die ganze Zeit anfangen, Junge. Echt? Du bist fähig geworden über die Nacht. Über die Sekunde jetzt gerade hier. Ich gucke alle deine Videos, Junge. Ich nicht, Alter. Ich gucke deine Videos nicht, Alter. Weißt du auch, wieso? Ja, ich habe auch keinen Chat. Genau, deswegen. Witzig, ne? Das gefällt dir, ne? Das findest du lustig, ne? Ja, du bist lustig, ne? Das findest du lustig, ne? Sowas findest du witzig, ne? Boah, schau euch mal, was er macht, Alter. Mit seinem Black Hat, Alter. Ruhe. Okay, ich wechsel die Lobby, Alter. Ich würde mich so langfältig. Hallo, funktioniert mein Mikrofon? Kann mir jemand sagen, ob mein Mikrofon funktioniert? Hallo, funktioniert mein Mikrofon? Hallo? Kann mir jemand sagen, ob mein Mikrofon funktioniert? Hallo, Fusion? Funktioniert mein Mikrofon? Ja. Okay, hi, wie geht's? Wie geht's gut? Äh, gut, ich auch. Ich lade dich mal kurz ein, weil... Darf ich dich kurz einladen in den privaten Chat? Ich muss nämlich was mit dir besprechen. Was ganz, ganz wichtiges. Wie ihr erkennt mich? Fusion. Hallo? Fusion. Ja? Äh, es geht um deine... Deine Spielart. Ja. Es ist einfach irgendwie... Einfach schrecklich, wie sehr du kämpfst. Ja, ich weiß. Ich bin ein richtiger Camper. Deswegen, äh, wenn du dich bewegst, äh, wenn du, äh, wenn du das Spiel spielst, dann könntest du dich vielleicht ein bisschen bewegen, äh, geht das in Ordnung? Ja, das... Ja? Du hast dich ziemlich gelangweilt an. Ja, ich habe auch langweil... Ja, dann schickt, schickt ihnen einfach ein paar Nachrichten. Ähm, meine Kumpels, äh, die haben ihre Xbox hier, die schicken dir jetzt ein paar Nachrichten, okay? Wir machen nämlich eine LAN-Party hier, ja? Schickt E-G-I-F-U-Z-Z-I-O-O-N eine Nachricht mit Daraufens Snickers-Eis. Gefällt dir das? Fusion, es macht... Fusion, macht dich das, äh, macht dich das nass? Fusion! Ja? Macht dich das nass! Okay, gut. Ja? Was? Ich hab grad voll gut troll. Hallo? Fusion? Ja, hallo. Wie geht's dir? Ja, gut. Ja, gut. Ja, Fusion, es geht nochmal um deine Art, ne, zu spielen. Ähm, wann hast du vor, das jetzt zu verbessern? Nicht mehr so viel zu campen? Ja, ähm... Ich fang jetzt gleich mit an. Okay, gut. Ich werde im Spenden. Okay, danke. Ich respektiere das wirklich. Dass du es wenigstens zugibst, ein Camper zu sein. Gibt ja auch Leute, die es nicht zugeben. Das ist mein, äh, mein Typ, der da hier sitzt. Ja, das ist Steven neben mir. Das ist Steven neben mir. Der hat dir die Nachricht gesendet. Gleich kommt noch eine von Robert, von Francesco, von Andreo, von Roberto Carlos und von... Also, äh, ganz einfach, äh, wartet Leute, wartet Leute, nein, 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 warte, wenn du das, ähm, also du musst unbedingt da eingeben, EG, Leerzeichen, I, F, U, Z, Z, I, O, O, N. E, G, I, ganz einfach so. E, G, I, F, U. Ja, ja, das ist, äh, mein Kumpel, schick dir ein paar Nachrichten, okay? Okay. Okay. Ist es schlimm, wenn es 50 Nachrichten sind? Nein. Okay, gut. Äh, aber... Aber du bist schon ein Junge, oder? Ja, weil du vorhin gesagt hast, du wirst ziemlich, äh, feucht da unten. Hallo! Redel mit mir! Ja. Gut. Alter. Muss man sich immer zweimal... Muss man wissen... Nein, 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 nein! Keine Aussehen! Muss man sich immer zweimal wiederholen, oder was? Um eine scheiß Antwort zu bekommen! Das ist mein... Das Symbol. Das. Hallo! Ich rede mit dir! Ja. Hallo? Nervig, Alter, nervig, ey. Ha, ey, wirklich... Nicht normal, ey. Hast du eigentlich noch alle Tasten im Schrank, oder was? Junge, Junge, Junge. Nee, hör auf zu atmen! Okay. Hör auf! Gut. Und wehe, du atmest noch einmal, wehe, ich höre nur irgendwas, Alter. Hallo, hör auf zu atmen! Hallo, wieso atmest du denn? Hallo, wieso atmest du denn? Hallo, wieso atmest du denn? Ja. Nee, du darfst nicht atmen, Alter. Hör auf damit. Bäm! Bäm! In dein Gesicht, Alter! Komm, jetzt kriegst du schon meinen Arsch in deinem Mund. Das hat ihm gefallen Okay, lass die hochgehen Oh Oh, Glück gehabt Hallo Rede doch mit mir Ja Kann nicht sein Kann nicht sein Musik Was Ja, jetzt schon Über 50 nacht Ich glaube, dass wenn Okay, was würdest du sagen, wenn ich dir erzählen würde, dass du in einem Livestream mit über 3000 Leuten bist Und sie dir jetzt alle Das ist ja cool Und sie dir alle zuhören Und sie alle wissen, dass du atmest Obwohl du da gar nicht darfst Du atmest, ich find das nicht gut, ne Hallo Ich find das schon gut Ja, hallo Man hört dich, ne Digga, man hört dich, Alter Digga, man hört dich übel, Alter Digga, man hört dich übel, Alter Digga, man hört dich übel, Alter Digga Hey, Digga Hey, Digga Digga Wieso? Nein, ich möchte nicht mit dir spielen Du bist ein Camper Nein, 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 geht nicht Camper können sich nicht bessern Camper sind schlecht geboren Und deswegen muss ich sagen, dass Dass es jetzt leider vorbei ist Ich mach Schluss mit dir Tschüss Ja, bestimmt Hallo, Leute, hört auf zu campen Er kommt Junge Ey, Krohn, Echse, hör auf zu campen Krohn Hör auf zu campen Halt die Fresse Hör einfach auf zu campen Halt die Fresse, ey Krohn, hallo Halt ja die Fresse, du Lappen Bombe fallen gelassen Bombe fallen gelassen Ok, kurz, ich bin der Statur Ich bin der Statur Guten Tag, ich bin Danny Na, wie heißt du? Oh, der Flash bin gegen sein Gesicht bekommen, Alter Alle anderen sind ausgeschaltet Es tut sonst niemand mehr Was? Oh, Mann Fick, Kind, Alter Ja, hallo Grüße, lieber Junge Ey, präsentiver Junge Bin ich immer noch ein Du verrext Ey, Krohn, Echse, hallo Ey, Krohn, Echse, hallo, hörst du mich? Krohn Du campst die ganze Zeit nur, Alter Hör nochmal auf zu campen Hör die Fresse Krohn 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 Oh, positiver Junge Scheiße, in die Hose Komm, komm, lass mal Oh, oh, bitte Oh, oh Moment Moment Okay, ich slechter Da. wisst ihr was ihr könnt mir auch mal zu meinem facebook gehen und mir da unter das video mal oder um ihr da unter das video wo ich die leichte verlegt haben mal sagen wie euch war was im live stream euch nicht passt oder so weil ich kann eure kommentare nicht lesen nie ladungen platziert so da ist ja hier raus ich mache jetzt mal weg so aus weil ich einfach versuche mal nichts dazu bekommen paar gute clips das einfach mal hier so was machen die nicht nicht so welche bin weg meine klasse habe ich die alles das dass ich mich doch nur ein positiver junge ist drinnen ja die kennt mich auch hat keinen Sinn irgendwas zu machen okay lasst uns losgehen ich weiß was ich mache und zwar wieso war da mal bildschwarz einfach mal hier so warten ja das war so er hat mich gesehen egal mach ich gleich besser ich glaube die gucken mal live stream das war nichts so ich werde wieder daran rennen also jetzt hier nach ich mag keine muschig doch ich mag muschig ich mag muschig so geh weg alter ich will den bart nicht sehen ich mag den bart nicht okay ich bin aus ich werde meinen namen ändern in einen heftigen namen ich weiß nicht wie du schon die kommentare nicht lesen kann ich habe was ich haben zu organisieren weil ich aber ich mag aber ich mag wo wir gehen ich mag ich mag du bist du ich mag das ist mein mit ich glaube es ich habe mich wieso du bist das ist ich habe Okay, oh meister Hallo, hallo Hallo, hallo Die sind gerade im Gegner Team den ganzen Ich glaub, die kennen mich nicht Sieht gut aus, Leute Warten, warten Ich glaube, da müsst ihr euch ja langkommen Da ist er Habe ich, habe ich ihn, habe ich ihn, Leute, ich habe ihn, ich habe ihn Macht keine Geräusche, Leute Macht keine Geräusche Don't need makeup To cover up Ich weiß nicht, wie das Lied weiter geht Es ist egal Es ist wunderschön Es ist wunder, 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 wunderschön Ich bin so glücklich, dass ihr mit mir seid Ich hab'n großen Penis Ohhhh Oh, die Camper Lol, das ist wirklich Cracker Shit Ey, ey, Revenge Ich hab' eigentlich nur einen Penis Oh, das ist er Suchen und zerstören Das Ziel verteidigen Die beste Stelle der ganzen Welt Ohne Witz Da kommt der Mein, warte ich, mein, warte ich Ja Gut gemacht, gut gemacht Kriegst'n Keks Oh, man Mann Da ist er Da ist er Ich war hier eben mit so'n Mappen Nein Doch Der Hunde sagt mich gemessert Ah, da hat Danny Birne schon gemietet Das ist egal Ey, Revenge Ja Das brauchst du ja behindert Er ständig die anderen Leute fertig macht Ja, genau Ja, genau Das ist es Ey, kill die Deluxe Kill die Deluxe Kill die Deluxe Oh, Junge Die Presse, man will sich verarschen Mein, mein Ey, wie immer Power Mein Sohn Suchen und zerstören Das Ziel beschützt Das Ziel beschützt Das Ziel beschützt Ach, das sind meine Teammates Heftiges Aim, Digga Danny Birne James Darf ich vorstellen Da ist der Nächste Mein nächstes Opfer Ach, ist das lustig Lauf noch nicht weg, Alter Ach, knapp Das war knapp Das war extrem knapp Komm schon, Alter Wieso macht der das? Haha, was ist mit dem denn los, Alter? Gleich wird ein bisschen Ninja Refuse Zeit, würde ich sagen Oh, ich muss noch Amnesia, let's playen Oh, es wird alles spät, ey Und ich wollte früher schlafen, gehe her Toll, egal Ich gehe einfach mal da lang Nein, ich muss die Lobby wechseln Ich kann nicht zu viel Ich werde für den nächsten Stream Ähm, werde ich meinen Namen ändern Weil ihr einen großen Penis habt Genau deswegen Das ist der Grund Ich weiß, wieso ich die nicht höre Ich weiß, wieso ich die nicht höre Nervt das, ey Das nervt doch, ey Das nervt doch, ey Das nervt doch übel, ey Ne, nicht Spaß Die Leiche, hab die Leiche gesehen Ich mag Leichen Ich hab viele in meinem Keller Ich hab viele Leichen in meinem Keller Ich hab viele Leichen in meinem Keller In dieser Runde haben wir verloren Bereit machen wir Ich soll Arthur Liebrecht erwähnen Das hätte er jetzt nicht gedacht, oder? Hättest du nicht gedacht, oder? Tja, manchmal passiert das, was man nie gedacht hätte Suchen und zerstören Okay, ich sollte aufhören, so behindert zu sein Ich sollte aufhören, so behindert zu sein Ey, geiler Arsch Nee, Spaß Oh Sniper sehen sexy aus Ich mag Sniper Ich steh auf Sniper Jetzt hab ich mich geoutet Scheiße Ja, hallo! Nervt mich nicht, Alter Oh oh Nein, er hat mich nicht gesehen Er war einfach mir vorbeigelaufen Oh nein Oh man Ey, darf ich den Basketball gucken? Nein Oh, komm schon! Hallo? Hallo, ist hier einer? Oh! Das wäre der beste Gegner zum Verarschen gewesen So einen guten Gegner hätte ich Habe ich noch echt noch nie zum Verarschen gesehen In der Ecke Kann sich nicht umsehen Scheiße Jetzt, oh nein Mein teammate Gauert Werden durch denselben Werden Nein Oh, komm schon! Kann ihn! Nein! Boom, 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 in dein Gesicht! Scheiße! Für die nächste Runde Diese Runde haben wir verloren Bitte blas mir ein Danke Dieser Sniper in der Ecke Dieser Sniper in der Ecke, Alter Dieses Erlebnis werde ich niemals wieder vergessen, ey Ey, ich kann Mann, ihr könnt mich ja sehen, oder? Ich war Halbzeit, jetzt kann ich überlegen, wohin ich gehe Ich weiß, wann Müsste klappen, muss nicht klappen, aber müsste eigentlich Einfach mal hier Das wird knapp, das wird schlecht Mal sehen, ob das klappt So, einfach mal hier lang, so Oh, ne, da kann er nicht lang kommen, da ist mein teammate schon Scheiße Immer wieder dieser Teammates Ach ja, das wird nie ein Ende nehmen Ich kann aber versuchen, hier bei B zu Ninja defusen Ist natürlich immer eine 50-50 Chance, dass er überhaupt zu B kommt Und dann natürlich noch eine ungefähr 10% Chance, dass kein Gegner mich erwischt Oder er sich nicht irgendwie umsieht, oder mich nicht hört, oder so Also hat alles mit Glück zu tun, auch Natürlich auch ein bisschen mit Skill, aber Ähm, auch ziemlich viel mit Glück Anders kann man es ja nicht sagen You are beautiful Ziele beschützen Ah, nein, tschüss Das wird nichts Ich will sterben, das weiß ich Kann ich mich da reinschleichen? Wieso hat er mich gesehen? Das will ich jetzt sehen Nervig, Alter Ich muss die Lobby wechseln Ja, aber warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, wen interessiert's? Wo ist dieser Junge? Ihr müsst, ihr müsst aufpassen, er hat bald den Boot Hallo, hallo, wen interessiert's? Hallo Hey, dein lieber Honey Oh süß Meine Freunde Wen interessiert das, Alter? Hallo, wen interessiert das? Wen interessiert das jetzt? Ey, wen... Ey, wen interessiert das, was du gesagt hast? Sorry, du verstehst nicht, dann hättest du so ein bisschen Meine Mutter Ey, hast du Halo Reach oder so? Ey, nein, hab ich nicht oder so Warum? Digga, weil ich einfach zu cool dafür bin Keine Chance zu überleben Einfach tot Ich sollte dir all auf Stuhl stellen Es nervt ein Leute Ihr seht, es ist wirklich schwer, jemand zu verarschen Einfach zu viele Leute hier Spass 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 Ähm Oh, ist das schlecht Hat der Glück, Alter So ein Glück Schafft er das, schafft er das, oder schafft er das nicht? Ich bin gespannt Fing ihm dann noch ein Gegner 1 gegen 1 Kann interessant werden Muss es auch? Alter Hat es geschafft Jetzt vielleicht machen wir für die nächste Runde Suchen und zerstören Suchen und zerstören Wie spät ist es? Ach, keine Ahnung Ist mir auch egal Ihr seid wunderschön Schaut euch mal die an, Alter Schaut euch mal die an Schaut euch mal die an Ah, Alter Hätte ich nur eine Sekunde länger gewartet Das Schmerz zu übel, ne? Heftig, einer Diese Runde haben wir verloren Aber es ist noch nicht vorbei Wegdrehen Hua, Baba Ich bin eine Baba Ganz genau Baba Search and destroy Ey, cool, eine Tarnung Nicht Spaß Die Ziele verteidigen Die Ziele verteidigen Ok, ich warte hier Ich gehe hier lang Anscheinendlich ist da keiner Hier ist keiner Hier ist keiner Hier ist keiner Hier ist keiner Oh ja Ja, ja, ja Jetzt fahrt euch mal den an Alter Alter Ey, Leute Mehr Pech kann man hier gar nicht haben, Alter Euer Ernst Der hackt über 7, Alter Ist das ein Hacker Mehr Pech kann man hier echt nicht haben, Alter Ja Deine Zone Ist jetzt aktiviert Oder? Hat ich sie aktiviert? Hattet ihr sehen, die Situation aktiviert? Ich glaube, er ist jetzt aktiviert Weil, ja Weil ich einen dicken Penis habe Oh, hier ist einer Ich wusste es Gut gemacht Bereits machen für die nächste Ach, ja Der joint immer nach, Alter Ich glaube, den muss man echt mal irgendwie Na, ne Den Arsch versäulen Na, 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 na Ziele ausschalten Ziele ausschalten Ladung entlang Vorräte unterwegs Ok, ich sollte ihn jetzt nicht tun Ok, er kommt gleich Ich bin, ich bin ein Ich bin ein Stein 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 Woher wusste er das? Ich kann mir das Ja, aber da guckt man doch eigentlich gar nicht rein, wenn man Ja, der guckt dir 100% nicht den Livestream Zu 300% Das merkt man immer An solchen Stellen Da guckt man einfach nicht zuerst rein Das ist unmöglich Der weiß ist der Appen Dann guckt der so langsam in die Ecke Und dann schießt der mich ab Das ist, ähm 200%ig klar Ja Ganz eindeutig Leute Ganz eindeutig Kann man nicht anders sagen Schrecklich Richtig, richtig schrecklich Wisst ihr das eigentlich? Wisst ihr eigentlich wie schrecklich das ist? Hallo, hallo Kann mir jemand sagen ob mein Mikro funktioniert? Hallo, hallo, hallo Hallo Hey, hey Ich dachte das wäre jetzt nur ein Scherz Jakob Aber wir haben ihn jetzt wirklich getroffen Hey Hey Danny Bonitsch Bleib mal drinnen, gell? Was, was? Ich glaube wir würden ihn zerstören, oder? Danny Bonitsch Ey was geht? Ja Ja Das Stoxt um ne Dollar Ey Danny, ne Ich hab deinen Twitch angeguckt Aber da kann man ja leider nicht chatten Oder jetzt schon, keine Ahnung Kann man da nicht chatten? Stoxt um ne Dollar Nein Ich wollte ja vorhin Aber ging ja leider nicht Komm, zerlegen wir's Danny Burnage Ein Fall für GalileoMystery. Alter, wacht der Basschump, der ich wohl... Nervt euch. Oh mein Gott, auf Danny Burnage! Oh mein Gott, Danny Burnage! Jetzt hört man... Ah, lass uns machen. Äh, ja. Hi. Welches Prestige bist du? Was? Welches Prestige bist du? Eins. Achso. Nein, er hat mich getötet. Alter. Alter. Ich guck, ich guck Danny zu. Oh mein Gott, Danny. Oh mein Gott, wo Danny? Danny? Darf Danny Burnage? Danny, wo? Ich kenne nur positiver Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich messe in deinen... Da ist kein Danny. Da steht nur positiver Junge. Ja, Mann, oh. Oh mein Gott, Danny Burnage ist der Coolste. Oh Mann, oh. Was? Ey, jetzt nimmt er einen Weg. Danny Burnage hat mich getötet, das ist unfair. Okay. Okay. Er ging an. Gut, wer? Jetzt schon, ich geh jetzt auf Twitch. Ja? Ja? Ja, ich soll dir schöne Grüße von irgendeinem... ...bassend vom gegnerischen Team ausrichten. So scheiße. Alter, ich wette, meine Freunde werden es nicht glauben, dass ich Danny Burnage auf... Okay, positiver Junge. Oh mein Gott, ey, ich freue mich gerade, ey. Das ist das Allerbeste, was mir in meinem Leben passiert ist, ey. Ey, mir ist noch nichts Besseres in meinem Leben passiert, ich sag's, ey. Ich mach davon jetzt einen Screenshot, ey, ich pack das nicht, Mann, ich pack das nicht. Ich pack das nicht, nein. Ich pack das nicht, Mann, ich bin mit Danny Burnage in einer Lobby. Ich pack das nicht, nein. Ey, lass mal, lass mal auf 1, 2, 3, alle A machen. Ne lange Zeit. 1, 2, 3. Okay. Schöner Chor. Warum machen wir nicht bei Deutschland sucht den Superstar mit, ey? Ich krieg das ja. Das freu ich mich als Dings auch. Ja? Als Dings auch. Was ist? Danny! Come on! Sag mal come on! Komm schon. Come on! Come on! Come on! Come on! Ja genau. Gut. Come on! Nee, Schatz. Ey, ich kenn Schätze. Der Dings tut ihn nicht hinter mir. Vor dir. Keine Ahnung. Hättest du ihn doch töten sollen. Oh mein Gott! Ich hab Danny Vaynerch getötet! Oh mein Gott! Danny darf ich in deine FL bitte! Oh mein Gott! Tut er doch nicht! Oh mein Gott! Darf Danny Vaynerch! Auf 1, 2, 3 machen wir alle A. Auf 1, 2, 3 machen wir alle A für eine lange Zeit. 1, 2, 3. Aaaaahhhh! Aaaaaahhhh! Aaaaaahhhhh! Aaaaaahhhh! Aaaaaahhhhhhh! Aaaaaaaah ederim! A memang chỉometer 2 Male ja ja soll ich dir was sagen ich finde das gar nicht so lustig weißt du was eigentlich ja ist deine kt negativ oder positiv siehst du haben einen namen der unnustigsten menschen die ich jemals gehört habe auf 1 2 3 a 1 2 3 wunderschön wunderschön wunderschöner ja das bräuchte ich erläutigt ihr nervt mich alle hört auf hinterher zu laufen alter das muss ich los steuern wollte dass die aussteuern dann lasst er es einfach okay dann muss ich euch leider ja genau er ist ein normaler ich höre gar nichts sag's ihm selber auf mir hinterher zu laufen auf mir hinterher zu laufen bitte was willst du machen gott ihr nervt mich so haha warum seid ihr alle dort unten nein er so kommt denn die warte was da links noch sagt irgendetwas er musste was wichtiges sagen blablabla irgend so ein schuss ja ich wusste es auch ich wusste ich wollte dich kennen okay ja ich habe noch kein Kind jetzt habe ich auch eine Nachricht von dem ist ein nübisch der der k ooooh ooooh oh mein gott wenn die bitte darf ich in den ffl Danny, bitte! Ha! Er hat mich entmutet! Hat er mich entmutet? Danny, bitte! Einer sagt so, ich... ...so halt der schöne... Danny! Hallo, kann mir jemand sagen, mein Mikrofon funktioniert? Funktioniert mein Mikrofon? Hallo? Oh mein Gott! Danny Burnett! Oh mein Gott! Das ist der nicht, Alter! Verarsch mich jetzt nicht, Alter! Hallo, kann mir jemand sagen, mein Mikrofon funktioniert? Dein Mikrofon funktioniert... Hallo? Hallo? Funktioniert mein Mikrofon? Hallo? 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 Ich kann dich nicht hören, ich kann dich nicht hören! Hallo? Kann mir jemand sagen, mein Mikrofon funktioniert? Halt die Fresse und geh schlafen, du Huren! Ahhhh! Ein kleines Kind! Alle außer Partys rumschalten! Bam! In your face, Alter! Was ist das? Ja, rein, das im Infekt... Hasn't been beauty... Gordon G-mm... ...hhhhh... D'个at, wer hat alle gemuted...? ...d' haEge county... Gut, keine Ahnung, wieso ich höre Nachrichten nicht sehen kann, ich glaube der Chat ist kaputt. Ihr positiver Junge, Danny. Dich halt dich dumm. Der soll immer nach, der durch den Spaß den es gibt. Okay. Geh weg hier. Mach dir her. Will nicht kuscheln. Ich habe schon genug gekuschelt heute. Ähm. Okay, da lang. Okay, es gibt so wenig Gegner noch über. Ja. Zu viele Leute sind tot. Wir sind kaum mehr Gegner übrig. Natürlich. Na super. Wir haben die Bombe. Oh. Was macht der denn da? Da ist er. Wahrscheinlich. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Müssen wir langsam vorgehen. Schaffen wir das? Können jetzt vor euch selber denken, ob wir das schaffen. Wer war das? Nervig, Alter. Immer dasselbe. Es ist wirklich, dass ich heutzutage... Ich laufe weg. Ich laufe weg. Ich laufe weg. Nein! Ich wollte mich hinterm Stein verstecken. Das wäre so gut gewesen. Scheiße, Alter. Egal. Gut gemacht, Ziels. Für die nächste Runde. Bitte. Für die nächste Runde. In der Gesicht... Suchen und zerstören. Ich laufe weg. Es ist gut. Es ist gut. In der Gesicht. Ich weiß, was ich mache. Keine Sorge, Leute. Ich weiß, was ich tue. Haha. Weißt du hier auch, wieso? Ganz einfach, weil ich es kann. Ich bin eine Statue. Ich kann mich gar nicht sehen. Ich bin eine Statue. Ich bin eine Statue. Ich bin eine Statue. Ich bin eine Statue. Hallo, ich bin eine Statue. Siehst du es nicht? Das ist so ein Spaß. Der joint immer nach, Alter. Immer. Ihr könnt ihn gerne melden. C-H-R-O-N-Echse. Alle melden. Der ist immer am Nachjoint. Immer. Ich bin ein Bomber fallen gelassen. Schlafschütze erledigt. Vorrücken. Cheater. Er ist ein Cheater. Er joint immer nach. Das ist cheaten. könnt ihr schreiben jetzt geht es 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 geht ihr könnt schreiben ich kann sehen und wir haben uns lieb und wir können sexen und darauf erst mal unter werbung ja geil geil alter ich sehe was ich leute ich kann es einfach sehen es ist unglaublich alter ich sehe was ihr das schreibt alter es geht wieder ja wie findet ihr leichter bis jetzt weil ich wusste ja ich weiß ja gar nichts ne ihr wisst ja ich will gar nichts die gar nichts die leute waren auf kommentar entzug einfach auf kommentar anzug heftig ja wie findet ihr die qualität so erwartet mal ich kann noch nicht gucken ich kann doch nicht gucken das ist der schlimmste ever ich bin echt fertig also kommen axel an extra nicht das hier nur für euch super hat und ich dachte ich werde die kommentare nicht lesen kann hey heftig alter das ist doch was anders mit kommentaren irgendwie doch komm schon und ich glaube ich ja ich hab hier aussteigen weil er mich kennt Nein. Oh Gott ist das scheiße Da kann man auch rausgehen Entweder ist nur Sniper da Entweder es kennt mich jemand Oder entweder die Gainer sind zu schlau Wart ihr das? Nicht in meinem Livestream Hallo kann mir jemand sagen Oh mein Mikrofon funktioniert Hallo 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 Hallo? 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 Ich bin echt kaputt ey Oh yeah Zum Schluss spiele ich noch ein anderes Spiel Oder ne doch nicht Das mache ich noch in einem anderen Livestream glaube ich Oder? Mal sehen Ich habe hier ein übelstes Horrorspiel auf dem Auf der Xbox Aber Ich habe es noch nicht gekauft Ich könnte es schon kaufen Aber meistens nicht Irgendwann nächstes Mal Alter Alles okay Verbleiben bezahlt Oh ne Nicht diese Map bitte Komm schon ey Komm schon irgendwas gut Ich muss kommen Stefan? Stefan ist gerade nicht auf dem Tisch Ich weiß nicht wo Stefan ist Ich kann mir jemand sagen Oh mein Mikrofon funktioniert Hallo Hallo Oh Muss mein Mikrofon anschließen So, 20 Minuten Nehmen wir auf Cargo Ja, meine eine Stimme da Die wird sich offiziell vollbringen Also wenn ihr Stefan ist jetzt mal ficken Stefan hat da Sex Ey, der ist wieder nachgejoint Ja, ihr könnt alle diesen Kron Leerzeichen, Echse, alle melden Alle, bitte Komm, Leute, die müssen das einfach Die müssen ihre Staffel bekommen Dann können die ein paar Tage nicht socken Okay Okay, los geht's Suchen und zerstören Suchen und zerstören Okay Nein Oh, Scheiße Ich wollte ihn noch mit dem Wurfmesser treffen Er hat ne Hello Kitty Äh, Messer Sehr lustig 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 ist das Lustig Oh, jetzt haben wir noch Sniper Wenn ihr wollt, kann ich auch mal so ein bisschen Sniper Frei für alle oder so Oh, ja Look, guck mich an Guck mich an Oh, nein Schlapp nicht Scheiße Oh, yeah Mein Name ist V Kasper Ich bin schwul Deswegen habe ich auch so eine Glitzer-Tarnung Oh, yeah Oh, ich hasse diese Glitzer-Tarnung Die ist wirklich Auch wenn ich nichts gegen schwule Kläuter habe, ja Aber die ist wirklich richtig schwul So richtig Schön viel Glitzer dann, Alter Heftig, Alter Heftig, Leute Heftig, Alter Wallah Wallah Ich überlege gerade Ach, ich hatte jetzt die Bombe Ich weiß schon, was ich tue Ich weiß Guck mal, wenn die hier durch sind Denn die meisten ist durch dieses Haus Aber dass hier jemand chillt Das erwarten die nicht Ich meine, wieso sollte man hier auch chillen Deswegen Ist eigentlich klar, dass hier eine langkommt Jo Scheiße Messer Das ist verarschter Messer Das ist das Danny Burnage Messer Mein Messer Oh Können wir schnell hier legen, die Bombe Die Bombe ist auf Wieso ist das doppelt Tja, mich hat er übersehen, ne Tja Ich will eine Statue Nein Ich höre das immer alles doppelt irgendwie Ich muss das mal fixen irgendwie Nächsten Live-Stream Weiß nicht, wann das liegt Jetzt geht's wieder Ja, jetzt geht's wieder Wenn ihr wollt, kann ich den Live-Stream sogar noch auf YouTube hochladen Stefan hat mehr als sie im Leben Stefan ist, äh Der Heftigste der ganzen Welt Ich bin eine Statue Ich bin eine Statue Nein Leute, Amnesia Zocke ich jetzt erstmal nicht Ich hab keinen Bock Aber ich werde mal meinetwegen für euch mal snipen Wenn ihr wollt Weil ihr einen großen Penis habt Ganz genau, das ist der Grund Ihr dachtet, das ist kein Grund Doch, das ist ein Grund Wir nehmen dazu Ein schnelles Magazin Ich zeige euch, wie das Snipen heute richtig funktioniert Weil Ein paar Leute haben mich gefragt Ob ich ihnen das Snipen beibringen kann Das ist kein Problem Das kann ich gerne tun Ähm Ich hoffe Ihr werdet Ja, du mich auch Ich frag mich was Zwar was Franzosen hier suchen Deswegen Oh, ich bin so schlau Tja, was willst du jetzt tun? Jetzt könnte ich glaube ich nicht mehr nachschauen Nicht mehr so gut zumindest Also, ganz einfach Das erste was ihr machen müsst Erstmal eure Klasse einstellen Und zwar geht ihr erstmal in eure Klasse Ähm Hier Klasseneditor Und stellt euch also erstmal so ein Wie ihr es haben wollt So, nachdem ihr das getan habt Nehmt ihr Ähm Ganz einfach Nehmt ihr Ähm Eure S-Mine Mit Ganz wichtig Mit Schockladung Denn Schockladung ist für die Pros Das ist ganz wichtig Dass ihr Schockladung dabei habt So Todesstille Braucht man nicht Ihr werdet euch Ne Quatsch Doch Todesstille braucht man Ganz wichtig Sorry, ich hab das gerade mit was anderem verwechselt Äh Kaltbüris braucht ihr auch Um vor Drohnen nicht sichtbar zu sein Und meinetwegen auch Hardliner Dann nehmt ihr euch noch Niedrige Killstreaks mit Wie Drohne Fernladung Und Hunter Killer Und geht in ein Frei für alle rein So Nachdem ihr das getan habt Gleich So, jetzt seid ihr in ein Frei für alle Es sieht schon mal gut aus Ihr habt ziemlich schlechte Gegner im Team Und Ja, es sieht ziemlich gut aus Für uns Soweit Denn Ja, ich weiß auch nicht Aber ich glaub Ich glaub einfach Dass wir gewinnen werden Ich hab so ein Gefühl Leute Ich vertraut mir einfach Das muss werden So Das erste Was ihr tut Wenn die Sekundenzahl Hier zu Ende geht Ganz einfach Ihr geht Erstmal Wartet Leute Wartet Leute Nein, wartet Leute Ach, nein, wartet Das war nicht geplant Wartet Leute Ihr müsst mir vertrauen Das wird schon Ihr müsst einfach So So Jetzt müsst ihr hier warten Denn Äh Ganz ehrlich Russian ist echt für Noobs Ohne Witz Es ist einfach Einfach nur Mist Russian Das braucht kein Mensch Deswegen Oh, na Ihr müsst euch eine andere Ecke suchen Genau diese Ecke Die ist schon viel besser Und einfach hier reingezielt halten Jetzt müsst ihr warten Warten Ein paar Mal einatmen Um das Gefühl Eines echten Snipers zu bekommen Und einfach warten So Achten Ob ihr Schritte hört Und bewegt euch langsam voran Denn Sniper dürfen nicht Russian Ganz wichtig Sniper dürfen nicht Russian So Jetzt guckt ihr hier ein bisschen Jetzt seht ihr euch ein bisschen um Keiner da Guckt normal hin Auch keiner da Guckt jetzt normal hin Äh da Ja, jetzt sehen wir hier schon einen Schaut euch das mal an So Jetzt geht ihr hier hin Bleibt aber immer in Deckung Ganz wichtig Und wartet bis Äh Euch Der Gegner Vor die Füße rennt So Ist natürlich das nicht der Fall gewesen Aber macht euch nichts draus Leute Das ist nur Einbildung Ja Das war geplant Das war geplant Äh die Empfindlichkeit Solltet ihr auf 10 stellen Weil ihr Seid ihr ein Pro Sniper Alle Pro Sniper Haben die Empfindlichkeit auf 10 Und wir haben den ersten Kill Den ersten Kill bekommen Einfach nur heftig Leute Oh mein Gott Oh mein Gott Es sieht gut aus Es sieht gut aus Es sieht gut aus Nein Oh nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Es wird spannend Oh mein Gott Oh mein Gott Oh nein Wir haben sind gestorben Aber Leute Macht euch nichts draus Es wird schon Denn Ähm Oh da ist einer Bam So jetzt geht ihr in die nächste Ecke Einfach hier hinsetzen Hier hinsetzen Das ist das Beste was ihr machen könnt Jetzt wartet ihr Wartet ihr Und wartet ihr Vergisst dabei nicht immer schon taktisch zu bleiben Weil Oh da ist einer Schaut euch mal an Oh Einfach Leute Einfach skillvoll Aber was anderes kann man dazu nicht sagen Ganz einfach skillvoll So Da ist schon der nächste Sniper Und Oh er zieht diesmal seine Secondary Weil er nicht anders kann Leute Das war wirklich eine sehr sehr noobhafte Ähm Ähm Ein sehr sehr Ähm Noobhafter Anfall Den der Gegner hatte Und da ist schon der nächste Gegner Und wir versuchen ihn zu quickscopen Ganz ehrlich Ihr dürft nicht länger als Eine Sekunde im Zoom bleiben Weil sonst habt ihr Noobs Ja Ganz wichtig Also immer quickscopen Ihr dürft eigentlich gar nicht reinziehen Weil die richtigen Pros Die Ähm Machen Noscopes Also immer schön noscopen Ja immer so Genauso So Jetzt Oh da ist der Gegner Der nächste Gegner schon Schaut euch das mal an Immer schön eine Schockladung werfen Haben wir sich voll vollkommen fest S-Mine legen Weil das für Pros ist Und einfach Die Gegner hier eliminieren Ja Wir haben ihn eliminiert Alles gut Wir haben ein Auto Wir können damit fahren Und jetzt einfach ein bisschen Ein 360 damit machen Und jetzt hier lang fahren Und den Gegner eliminieren So Gut gemacht Leute Habt ihr sehr sehr gut gemacht So jetzt dreht ihr euch um Und wartet bis der Gegner da kommt Und er kommt Er kommt auch schon angelaufen Und wir killen ihn einfach Ganz easy Ganz ganz easy Oh Da ist schon der nächste Sniper Und dazu Dazu nehmen wir unsere Secondary Ganz einfach Unsere Secondary Und werfen erstmal Unser Flieger in die Luft Ich stelle ihn den Papierflieger Nein Und wir sind gestorben Scheiße Leute Das war nicht geplant Aber macht euch nichts aus Leute Wir können es noch schaffen Unser Papierflieger Hat auch schon den Gegner gekillt Ähm Und ja Dann sehen wir einen Sniper da oben Es sieht aus wie ein Sniper Weil Ja Nur Sniper sind so blöd Und schießen einfach in die Luft Obwohl sie keinen Gegner sehen Und er ist jetzt nicht da Keine Ahnung wo er ist Ich finde ihn einfach nicht wieder Ganz einfach Ich finde ihn einfach nicht wieder Aber ich weiß wo er ist Er ist oben Er chillt da ein bisschen Vergiss nicht Die Rissi Pros Die ähm Ja die No-Scope Aber Ich will euch das jetzt zeigen Wie Q-Scope funktioniert Deswegen ja So Ach so Und Ach der konnte Der hat uns gesehen Und ist vor Schreck erstarrt Und konnte sich gar nicht mehr bewegen Und vergiss nicht Immer schön Zockladung werfen Das ist das Pro Das Beste was es gibt Und eine S-Mine hier hin Der schaut lang und da hin Und die Welt ist schön So Jetzt da oben Hören wir ein Da oben ist einer Und wir geben einen Headshot Und Ja Jetzt sehen wir uns noch hier ein bisschen um Und Nein Da kommt er auf uns zugelaufen Der Gegner führt mit 5 Kills Aber keine Sorge Leute Das ist Das ist natürlich geplant Denn wir wollen die Gegner Ja eine Chance lassen Wir wollen ja nicht unfair sein Und Ja Der Gegner kämpft jetzt da ziemlich weit oben Und da ist schon unser nächster Sniper Wir haben ihn erwischt Kein Ding für uns Kein Ding für den King Und Ja Schockladung werfen Ganz wichtig Das wichtigste was es gibt Nicht vergessen Oh Da haben wir schon unseren nächsten Gegner Es sieht wirklich ziemlich spannend aus für uns Und er kriegt Er kriegt nicht mal einen Hitmarker Macht euch aber nichts draus Leute Wir ziehen einfach unsere Secondary Ein paar Leute denken jetzt Das ist für Noobs Aber nein ist es nicht Ähm Das ist Oh Da werden wir schon angegriffen Von irgendwelchen Gegnern Die wir nicht kennen Aber welche Gegner kennen wir schon Und Ja Da hören wir Schritte Wir hören Schritte von ihm Und wir sollten ihn verfolgen Ja da ist er Da ist er Leute Ähm Ihr hört ihn wahrscheinlich nicht Aber ich höre ihn Ähm Nein nein Und Leute Er hat sich mit seiner eigenen Esmin gekillt Er hat sich mit seiner eigenen Esmin gekillt Es ist einfach nicht mehr normal Was hier vor sich geht Leute Es ist einfach nicht mehr normal Ähm So jetzt müssen wir kurz warten Okay Wir können hier nichts finden In Ordnung Dann gehen wir jetzt runter Und schauen nach Ob wir irgendwas finden können Ähm Da ist schon dein nächster Gegner Nein Das war mit Absicht Das war mit Absicht Das war mit Absicht Nein Das war mit Absicht Das war vollkommen mit Absicht Ähm Ich reg mich auch gar nicht auf Falls es so rüberkommt Und ähm Ja Ganz wichtig Wir vergessen es immer wieder Obwohl das für die Pro Taktik ist Immer schön Ja genau Ihr mich auch Äh So Warte mal So Jetzt geht es weiter Oh nein Da ist eine Esmin Aber keine Sorge Leute Wir umgehen sie Wir sind gut gut genug Gut genug Leute Ganz einfach gut genug Wir sind einfach die größten Pros Anders kann man es nicht sagen Und Das war einfach schön Zu schön um wahr zu sein Aber es war Egal Und Nein nein Oh mein Gott Nein Das kann doch nicht wahr sein Leute Es kann nicht wahr sein Wie zum Teufel Ist er in der Lage gewesen Mich zu eliminieren Da ist er Da ist der Gegner Nein Es war ganz knapp Oh mein Gott Oh mein Gott Er weiß wahrscheinlich Dass ich hier bin Macht euch aber nichts draus Oh Das war heftig Das war heftig Leute Wenn das mal kein Ultrakill war Dann weiß ich auch nicht weiter Und jetzt schnell hier hoch Schnell hier hoch Leute Und Gegner töten Und wir werden dann selber getötet Der Gegner führt immer noch mit 5 Kills Es bleibt sehr sehr spannend Leute Es bleibt verdammt spannend Aber So soll es auch sein Wir machen das ja Um den Gegnern auch mal eine Chance zu lassen Und Okay Habe ich Habe ich nicht gesehen Ich habe nicht mein Geräusch gehört Dass er die abgeschossen hat Aber ist ja auch in Ordnung Äh Oh Jetzt ja Wir können Wir haben auch die Teile Was willst du jetzt tun Oh 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 nein Ah Wir sind geschockt Nicht mit mir du Oh Meine Esmin ist die beste ever So Da ist schon der Nein Er führt mit 6 Kills Mist Er sieht danach aus Als würden wir Ich kann es gar nicht glauben Aber Okay Ich schieße einfach mal Oh nein Er ist runtergefallen Er hat es geplant Nein Nein Komm schon Komm schon Ich muss schon Aluminium wenigstens sehen Nein Ah Ist klar Alter Ist klar Alter Ja er gewinnt gleich Die gewinnen gleich Nicht gut Nicht gut Ich mag es nicht zu verlieren Nein Ja wir haben verloren Scheiße Wir haben verloren Leute Wir haben verloren Wir haben verloren Weiß nicht Okay Wir nehmen das nächste Ein Freifall auf Raid Und mal sehen Was wir da anstellen können Dann diesmal nehmen wir Eine andere Sniper Aber weil diese Naja Weiß nicht Die macht mich nicht so an Wir nehmen eine Die hier Oder ne Doch wir nehmen die hier Mit Schalldämpfer Leute wisst ihr was ich euch zeige Ich zeige euch dieses mal ein How to be a camper tutorial Dieses tutorial mache ich nur für euch Weil Ja Es ist halt Mittlerweile so Dass sehr sehr viele Leute Einfach angefangen haben Zu rushen Und Ich finde es einfach sinnlos Weil ihr müsst Ihr müsst verstehen Was bringt es sich zu bewegen Wenn man auch einfach chillen kann Ich meine Man muss die Finger Nicht so anstrengen Man kann einfach ganz ruhig bleiben Und deswegen habe ich mir heute vorgenommen Euch zu zeigen Wie man ein Camper wird Und Ja Das machen wir ganz einfach Und zwar Gehen wir erstmal In ein frei für alle rein Und Ihr müsst einfach das tun Was ich euch sage Und Dann ist alles gut So Jetzt bin ich hier gespawnt Und natürlich ist die Frage Hier ist ja keine Ecke in der Nähe Das nächste was wir tun Wir suchen uns einfach eine Ecke Und Das ist die nächste Ecke Die nächste dunkel Dunkel gelegene Ecke Und da haben wir schon Unser ersten Gegner Und den haben wir eliminiert Den hätten wir niemals bekommen Wenn wir gerusht hätten So Jetzt legen wir hier eine Schockladung Um festzustellen Wenn jemand von rechts kommt Legen da eine S-Mine Und jetzt warten wir hier So Jetzt müsst ihr warten Und euch die Bäume ansehen Weil Die sind nämlich das Was euch Tarnt So Jetzt haben wir den Gegner gesehen dort Und jetzt müssen wir einfach warten Weil Was bringt es dahin zu werden Wenn man auch einfach warten kann Ich meine Es ist doch eigentlich genau das gleiche So Ihr wartet einfach ein bisschen Und jetzt haben wir den Gegner von rechts gesehen Aber Das ist nicht schlimm Und ja Wir wurden jetzt eliminiert Aber das ist aber nicht schlimm Weil jetzt können wir uns wenigstens Einen anderen Ort suchen Um zu warten Ja ich nenne es warten Ich nenne es nicht campen Oder es ist Na kommt drauf an Wie ihr es nennen wollt Aber ich würde es eher taktisches warten nennen Weil ich finde einfach Dass es einfach taktisches warten ist So da haben wir unseren nächsten Sniper Und Dass wir ihn nicht so oft treffen Das ist normal Das ist Einfach meine Taktik Wisst ihr Da kommt schon der nächste Oh jetzt campen wir nicht Jetzt sind wir gar nicht in der Ecke Aber guck mal Das ist der Vorteil natürlich An Schallnipfer Wenn der Gegner nicht weiß Von wo die Schüsse kommen Da ist auch schon der nächste Sniper Und der eliminiert uns natürlich Aber das ist nicht schlimm Denn jetzt können wir uns wieder Nächste Ecke suchen Diese Ecke würde ich euch da nicht empfehlen Die habe ich schon ziemlich oft benutzt Aber die Ist halt so eine Ecke Wo nicht so viele Leute lang rennen Dann würde ich euch doch schon lieber Die hier empfehlen Die ist taktisch einfach Viel wertvoller Und hier kann man Sich auch im Schatten verstecken Weil genau das Das ist was wirklich sehr wichtig ist Ja Und Ja Der Sniper hat uns jetzt leider gesehen Das ist aber nicht so schlimm Denn wir können uns einfach Die nächste Ecke suchen Und Ob ihr euch glaubt oder nicht Aber Es sieht sehr interessant Oh Ja Jetzt wurden wir eliminiert Das ist aber nicht schlimm Denn Ja Jetzt können wir uns halt wieder Die nächste suchen Also Macht einfach das Beste aus allem Genauso wie aus Hatern Macht euch einfach über alles Einfach lustig Und da sehen wir schon In unseren nächsten Sniper Und Ja Zu ihm werden braucht ihr nicht Er kommt schon zu euch Keine Sorge Und Da ist schon unser nächster Gegner So Den haben wir noch mit dem letzten Schuss Ganz knapp getroffen Und Ja Jetzt sind wir wieder tot Aber macht euch nichts draus Wir können uns einfach eine neue Ecke suchen Gut Da diese Ecke hier so gut funktioniert hat Gehen wir einfach in diese Ecke hier Macht Seid sicher Dass ihr einfach Ja Das war natürlich geplant Damit wir Höflich Es ist ganz wichtig Auch in diesem Spiel Höflich zu sein Ja Denn Es ist mittlerweile wirklich so Dass die Leute einfach um Kills geiern Ja Man muss nicht um Kills geiern Um Erfolg zu haben Ja Man kann Ohne Witz Ob ich es glaubt oder nicht Es gibt Leute die glauben mir das nicht Aber man kann Wirklich auch Kills teilen Einfach mal den Gegnern Kills lassen Und Ja Deswegen einfach Ja Der Sniper hat sich jetzt im Weg gestellt Aber seht ihr Er hat auch nicht gegeiert Er hat sich killen lassen Ganz einfach So spielt man Weil man höflich ist Das ist wirklich Eine der wichtigsten Sachen Ja Und Der Dropshottet Seht ihr Ich war einfach höflich Hab ihn gekillt gelassen Hab ihn einfach den Kill gelassen Und Genau So Jetzt habt ihr doch in dem Video noch In dem Livestream noch gesehen Dass Einer sich hier versteckt hat Und ich hab ihn nicht gesehen Man kann ihn einfach nachmachen Ist doch nicht so schlimm Ich meine Ja Da ist schon Ja da ist er Einfach einmal auf den Arsch schießen Einmal auf den Hintern Das gefällt ihm sehr sehr gut Ist wirklich atemberaubend Wie der Gegner sich da fühlt Und einfach hier warten Einfach hier warten Hier warten Die Gegner werden hier schon lang gehen Und jetzt hat der Gegner eine Drohne Das ist aber nicht schlimm Wir haben Geister am Start Und Ja Der redet einfach Vorbei Mit einem Hitmarker Ähm Ja Der Gegner killt mich natürlich auch Er steht gerade 8 zu 16 Natürlich ist es nicht so gut für mich Aber Leute macht euch nichts draus Das ist natürlich alles meine Taktik Ähm Und Ja Hallo Sniper Seht ihr Es ist Heutzutage sind wirklich die ganzen Call of Duty Spieler Einfach so nett Echt unglaublich Es ist einfach unglaublich Wie nett die sind Einfach So Jetzt einfach hier warten Einfach hier warten Ja ganz genau War natürlich nicht geplant Aber Egal Leute Wir suchen uns einfach die nächste Ecke Äh Ach Mist Ja gut Das war natürlich auch nicht so geplant Muss ich jetzt ehrlich zugeben Aber Macht euch nichts draus Leute Äh Wir gehen einfach in die nächste Ecke In die Ecke Wartet mal Leute Ja in die Ecke gehen wir Definitiv Und Ja Das war natürlich wieder sehr sehr knapp Ich meine ich hab mein Bestes gegeben Kann nicht immer so klappen Wie man es sich vorstellt Und ähm Ja jetzt haben wir natürlich eliminiert Jetzt hier schon einen Esmin hier legen Und Die beste Taktik die ich euch empfehlen kann Esmin Und Schockgranaten Alle Nebeneinander tun So Jetzt hat er eine Samtex geworfen Gut Ich verstehe jetzt nicht Wieso die Kombination nicht gewirkt hat Sie wirkt eigentlich immer Wenn ich sie mache Aber äh Ja manchmal Muss man sich halt die Dinge Nicht so erklären Und äh Ja Da ist jetzt ein Gegner Macht euch aber nichts draus Ja Gut Ähm Wenn es in dieser einen Ecke Nicht klappen sollte Ja Dann sucht ihr euch einfach die nächste Ecke aus Zum Beispiel die hier einfach Und äh Ich weiß jetzt nicht wo der Gegner lang läuft Ach da ist er Ähm Jetzt hat er einen Hitmarker kassiert Keine Sorge Leute Wir holen ihn uns Einfach noch einen Schuss drauf bringen Und bei dem auch Und äh So So klappt das Leute Und ähm Hier eine Esmin legen Damit ihr sicher sein könnt Dass von hinten keiner kommt Und wenn er einer kommt Dann Damit er stirbt Ganz wichtig Man muss ja auch immer sicher sein Und seht ihr Leute Wenn er Selbst wenn er nicht stirbt Dann weiß ich wenigstens Dass er von da kommt Und einfach wenn er nicht sterben will Das Auto kaputt machen Das ist das Beste Was ihr machen könnt Ähm Denn das ist doch schon etwas Was ziemlich effektiv sein kann Ähm Es ist mir Wirklich Ein Rätsel Wie Und da kommt der Anglauf Leute Und killt mich Er war in diesem Moment Einfach besser als ich Muss mir natürlich zugeben Einfach hier Esmin legen Ganz wichtig Und neben der Esmin Eine Esmin Äh Neben der Schotter Ich meine natürlich Neben den Schotterten Eine Esmin Ganz wichtig Ähm Damit könnt ihr sicher gehen Da ist ein Sniper Und äh Wenn ihr einen Sniper sieht Müsst ihr nicht gleich losschießen Wie gesagt Call of Duty Spieler Sollten auch mal nett sein Wirklich Heutzutage ist es wirklich So alle Geiern und Kills Es ist wirklich Guck mal Es ist mein 13 zu 17 Ich hab eine gute Tacht vollbracht Ich hab Ich hab wirklich Die Gegnern 17 Kills beschert Und mir 13 Ich meine Man muss ja auch nicht immer geiern Man kann ja auch Äh Bisschen weniger Kills haben Als Tode Wozu denn nicht Ich meine Wieso denn nicht Ist doch auch mal nett Oder nicht So Dann Äh Ja Wie gesagt Taktik Taktik der Pros Schön hinlegen So Und jetzt Gut Der Sniper ist es uns jetzt gekommen Keine Sorge Leute Wir setzen einfach unsere andere Taktik ein Und äh Ja Hat auch noch nicht geklappt Kann ich mir echt nicht erklären Ähm Ich weiß nicht wie sowas möglich ist Da ist eine Schockmedia Die zerstören wir einfach So Seht ihr Er setzt auch die Taktik ein Und äh So Hier in der Ecke Seht ihr Leute Der Sniper hat uns nicht gesehen Weil wir einfach zu prohaft sind Und jetzt warten wir ein bisschen Ein bisschen warten Äh Dina wird anscheinend das Spiel gewinnen Aber das kann uns egal sein Weil wir gut genug sind Und Dina haben wir auch eliminiert Äh Immer schön hier in der Ecke warten Das ist das Beste was ihr tun könnt Da kommt auch schon unser nächster Gegner an Ähm Ihr denkt das ist Campen Nein das ist kein Campen Definitiv nicht Leute Äh Campen wäre was ganz anderes Glaubt mir einfach Schön nachladen immer Immer schon unten Lässt auf die Anzeige gucken Wie viel äh Munition ihr noch habt Und die Gegner eliminieren So Dieser Ort ist eigentlich Ziemlich brauhaft Ich fühle mich extrem unsichtbar hier Muss ich ja mal wirklich so zugeben Und da haben wir auch schon Unseren nächsten Gegner Und ja Jetzt werden wir leider eliminiert Aber wie soll es auch sein Die Gegner wissen anscheinend Von wo ich komme Und anders geht es ja nicht So Äh Hier haben wir unseren nächsten Gegner Einfach hinstellen Zoom Und Nicht tapfen Genau So funktioniert das Ähm Und jetzt Neuer Äh Camperspot Und Nicht geklappt Schade Leute Wirklich schade Macht euch aber nichts draus Er weiß nicht dass wir hier sitzen Und äh Können Ja So Schön die Gegner eliminieren Ja jetzt hat er uns leider eliminiert Ich hätte Anscheinend dann den Sniper nehmen sollen Ich habe einen ziemlich großen Fehler begangen Aber macht euch da nichts draus Leute Ähm Ja Ja Der hat uns leider auch erwischt Wieso der letzte Nicht seinen letzten Kill machen will Das weiß ich auch nicht Und es bleibt wirklich spannend Leute Es bleibt wirklich spannend Und Ja Da ist unser Ja Das ist natürlich jetzt scheiße Und ich warte eigentlich nur drauf Bis der Gegner Seinen letzten Kill macht Aber Es ist mir zu langweilig Deswegen gehe ich jetzt aus der Lobby Und Äh Ah Also Ja Hi Mein Name ist Danny B-b-b-b-b-nits Und Ich dachte mir Dass ich euch heute mal zeige Ich weiß nicht Was wollt ihr denn vor einem Tutorial sehen How to be a boss Was wollt ihr denn für ein Tutorial sehen Zombie wollt ihr sehen Ich wollte sowieso das neue Mappack Der Zombies kaufen Aber Ähm Das mache ich dann einfach Beim nächsten Livestream Gut Dann spiele ich neue Runde Zombie Und Ja Vielleicht kann ich mich auch langsam verbessern Weil ich ja nicht Ja so allerbeste Zombiespieler bin Wie ihr mit Sicherheit Jetzt bemerkt habt Schon Ähm Manchmal ist es halt so Ne Aber man muss ja auch nicht Immer der Beste sein Ich meine Schließlich Gibt es schon genug Viele gute Leute da draußen Die wirklich Wirklich gut sind Ja Und Man will ihnen ja keine Konkurrenz bereiten Wisst ihr Und Deswegen Schaut euch mal Wie ich hier sitze Alter Alter Schwende Und deswegen Äh Ja Ist das halt so So jetzt Fangen wir mit unserem Zombiespiel an Und ja Magt ihr das Geräusch Mir fällt euch das Ja Miau Ja da hat gerade einer einen Kommentar gepostet Ihr sollt ihn abonnieren Also seid doch wenigstens öflich Und tut das auch Also wenn euch schon jemand sagt Abonniert ihn Dann tut es doch wenigstens auch Okay Oder wollt ihr unhöflich sein Wieso Was ist das Was ist der Grund Leute Antwortet mir noch wenigstens Oh ich sollte starten Wollt ihr dass ich den Stream auf YouTube hochladen Okay Okay Erste Runde Also Ja Kannste machen Okay Darf ich das Ey voll nett von euch Dass ich das darf Übel nett von euch Wisst ihr was mir aufgefallen ist In letzter Zeit sind übel viele Hater dazu gekommen Übel viele Alter Ich weiß nicht Also Ich glaube Black Cops ist einfach zu langweilig geworden Und seitdem die Leute nicht mehr wissen Was sie machen sollen Weil Call of Duty zu langweilig wird Deswegen habe ich auch mit den Verarschen begonnen Weil Call of Duty einfach zu langweilig wird Dieses gut spielen und so Das wird ja einfach Auf Dauer Kann man das nicht mehr machen Deswegen habe ich damals damit aufgehört Ich schwöre Digga Ich schwöre Wallah Wallah Okay mal sehen Ihr könnt jetzt schon mal schätzen Bis welche Runde ich komme Schätzen mal Schätzen einfach mal In den Kommentaren Ich bin gespannt Oh Oh mein Gott Hab ich mich nicht schreckt Ihr könnt einfach mal schätzen Ich meine Wieso denn nicht Boom Boom In dein Gesicht Du Ratte Boom Nein Das war knapp Alter Hätte er auch nur einmal noch Dings Ich sollte mich eher konzentrieren Bis 18 Bis 10 Bis 7 Bis 19 Bis 2 Bis 1,5 Bis 10 Okay Gut Gut Dann holen wir jetzt immer schon eine beste Waffe Oder was sollte man am Anfang tun Ich glaube eine beste Waffe holen Weiß gar nicht Gut Und was kriege ich Ja Kurz vor der Raingun Raingun Ich gucke ein bisschen weiter Pistole Schrecklich alter Schrecklich alter Stimmt Ich sollte lieber sparen für Juggernaut zuerst Und ich sollte mir die M4-5 holen Stimmt Hab ich vergessen Scheiße Sollte ich nicht Headshot machen Ja lieber doch Sollte ich Da muss man echt mit der Munition Ein bisschen sparsam umgehen Weil Munition doch schon was ist Was wirklich wirklich sehr sehr wertvoll ist Muss man ja mal so sagen Und ja So Sieht im Moment ganz gut aus Für uns Wir haben gerade 1040 Punkte Wie ihr sehen könnt Wieso sage ich euch das Wenn ihr es sehen könnt Denn wie ihr sehen könnt Habe ich euch da was gesagt Was ihr gesehen habt Obwohl ihr das gar nicht sehen könnt Was ich euch gesagt habe Sondern ihr könnt es eher hören Aber das ist jetzt eine andere Sache Klingt alles ziemlich unlogisch Ist es auch Aber das ist ja nicht schlimm Wisst ihr Oh 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 was Wie kommt der da raus Wieso kann ich nicht so In die Erde schlüpfen Und wieder rauskommen Unfair Unfair Let's dance a little bit Wir sind ein bisschen bei let's dance Wollt ihr dass ich zu let's dance gehe Denkt ihr ich würde da reinfassen Ich habe mir jetzt wieder überlegt Wieder mit tanzen so anzufangen Aber diesmal Partner tanzen Wisst ihr Leute Also jetzt ohne Witz Ich mache keinen Spaß jetzt Also nicht irgendwie jetzt Ausnahmeweise meine ich mal Eine Sache ernst Wisst ihr So Partner tanzen oder so Mit einem Mädel Und kaboom Ich gehe Sieht da ziemlich gut aus Für uns Leute Wir können uns bald Juggernaut holen Aber zuerst sollten wir uns Die MP5 holen Das werde ich jetzt auch tun So Let's dance Ich tanze Ich liebe tanzen Leute Ich habe das Zwei Jahre mal richtig Richtig jeden Tag getan Richtig richtig jeden Tag getan Okay Mein deutsch ist das beste ever Und ja Erstmal müssen wir hier die Zombies eliminieren Die auf uns zukommen Weil das wirklich nicht gut aussieht Leute Was hier vor sich geht Also die Leute Die zwei getippt haben Die haben jetzt schon verloren Also ihr habt Ich hoffe Ihr hattet Spaß beim mitmachen Aber leider Hat es wie In eurem bisherigen Leben Auch nicht geklappt Boah Der hat mich fast erwischt Alter Fast wäre ich tot Vielleicht kann ich Ah Ich Hm Hm Oh Munition Sollen wir warten Ich weiß nicht Sonst ich ja gar nicht Oder bleibt die Munition So lange Bis die nächsten Juggernaut kommen Nee Hat keinen Sinn Maximale Munition Wie kann ich hier lang laufen Hier muss ich aufpassen Hier gehe ich Hier kann ich auch Stacken Stacken So schön Die ganzen Zombies eliminieren So funktioniert das Schön alles hier zerbersten Und ja Jetzt verfolgen sie euch Aber macht euch nichts raus Das ist nicht schlimm Zombies Zombies haben auch das Recht Menschen zu verfolgen Oh jetzt haben wir die Chance Uns Dings dazu holen Wenn Also wenn ich die Runde überlebe Dann wisst ihr Leute Was wir als erstes tun Als erstes werden wir uns dann Genau Juggernaut holen Aber sieht halt ziemlich schlecht Jetzt für mich aus Weil ich wirklich gar keine Munition habe Und ja Deswegen werden wir uns jetzt Munition holen Ich musste die bisschen Rape trainen Wie ihr wisst Denn das ist genau die Taktik Die ich verfolge In meinem Leben Und Immer Rape trainen Ganz wichtig So jetzt ladet ihr Legt ihr einfach eure MP5 nach Von rechts kommen keine Gegner Ich hoffe nicht Und da kommt schon Unsere ersten Freunde an Ja Zombies sind meine Freunde Ich habe sie sehr lieb Und Gut So ist das So jetzt Ah jetzt können wir die alle töten Können wir uns auch gleich Juggernaut nach der Runde holen Gut Jetzt holen wir jetzt mal eine Runde Juggernaut Und vergift nicht immer den Rüpser Juggernaut Rüpser Nie vergessen Ganz wichtig Das ist Pflicht Dass man den nicht vergisst Juggernaut Rüpser Sehr sehr wichtig So jetzt haben wir Juggernaut endlich Und können weiter mit dem Rape train beginnen Äh weitermachen Ich meine ich persönlich Wenn ich Rape traine Gehe ich immer sehr gerne hier hin Finde ich einfach besser den Ort hier Weil ich kann von hier Mich ein paar Bisschen drehen Hier hin laufen Noch ein bisschen drehen Und ja Da kommt schon unser erster Zombie Kumpel an Ähm Gut ob er Er hat mich lieb Oh Er hat mich lieb Sieht natürlich schlecht für uns aus Ich ähm Schaffe es meistens wenn ich alleine spiele Der wirklich nicht weit Einfach weil ich nicht so der beste Zombiespieler bin Aber ich hoffe ihr verzeiht mir Wer hat auf 6 getippt? Ich will sehen wer auf 6 getippt hat 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 Ich soll Karin grüßen, hallo Karin, der Penis ist groß Okay, gehen wir hier raus Oh nein So, mal sehen, was für viele Nachrichten wir haben Oh, 121 Nachrichten Heftig, Alter, heftig, Alter Gut Ey, voll cool, dass ihr mich sehen könnt, ey Ich bin voll im Fernsehen, ey Voll cool, ey Ähm Gut Spielen wir uns noch ein bisschen Und dann beende ich auch nach einer Zeit den Stream Aber erst mal ein bisschen noch absolut bestätigt Mit, ja, der Waffe würde ich sagen Ne, doch, ne, keine Ahnung, mal sehen Gut, jetzt spüre ich noch ein bisschen Auf Gameplay Und ein bisschen Abwechslung hier rein zu bringen Oh nein Aber ich hasse diese Map Hier gehe ich raus, Leute Ich muss sowieso meine Klasse noch ein bisschen einstellen Ich habe nämlich Genau So ist das Dazu nehme ich einmal die Skorpion Eine sehr, sehr schöne Waffe Und Ja Das sieht doch mal sehr gut aus, was wir hier haben Und dann würde ich sagen Wir gehen einfach mal den Abschluss bestätigt sein Gut Da haben wir ziemlich viele schlechte Gegner Aber das kann uns ja egal sein Weil wir selber schlecht sind Gut Gut, das ist unsere Skorpion Eine sehr, sehr entzückende Waffe Kann man ja nicht anders sagen Und ja So Jetzt spielen wir ein bisschen auf Kills So Ah, ich habe Oh Wisst ihr, was ich vergessen habe, Leute? Ich habe gedacht, dass ich so eine Stirn Ich habe so lange Suchen und Stirn gespielt Suchen und zu stören Oh Gott, ich kann nicht mehr reden Oh Gott Überall Sniper, Alter Obwohl, das ist ja gar nicht so schlecht Das müsste man ausnutzen eigentlich Ihr wisst ja Ich lege in meinem In meinem Gameplay ist jetzt nicht so viel Wert auf Gameplay In meinem Video ist so viel Nicht so viel Wert auf Gameplay Das ist wohl schwer zu reden Wenn man sich nicht selber hört Irgendwie Komm schon, Alter Ey, Mann Guck mal, ich kann gar nichts hinbekommen Ich habe vor langem nicht mehr richtig gezockt Ja, hat keinen Sinn hier zu sein Wenn man verkackt, dann muss man es wenigstens auch zugeben Ich habe verkackt Jetzt seid ihr dann Los Dann nicht Ich bin eine Statue Ach Abschluss bestätigt Nein, komm schon, komm schon Köln, Köln, Köln Ja Ja, jetzt spawnen wir hier, Alter Toll Nein Mann, ich bin doch von dieser ZMTX weggelaufen EMP Zum Glück habe ich keinen Rotpunkt dabei Ah, 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 ah Oh, mein Herz, oh mein Gott, oh mein Herz Nein Oh, ich habe ihn noch erledigt EMP ist Nutzlos, ey Da bin ich Konzertzone effektiver Naja, vom Kill-Effektivitätsverhältnis her jetzt Wenn ihr das versteht Oh, diese Waffe hat ziemlich wenig Schüsse in dem Magazin Oder kommen wir erst nur so vor Abschluss bestätigt Abschluss bestätigt Ah, ich habe immer noch diese Das Beste, den Beste Oh, ich habe mich immer noch das DIN, Alter Verbündete Drohne nähert sich Haha Lustig Lustig Jetzt habe ich eine neue Ja, gut Ey Diese Scheiß-Teil da, Alter Nervt über Team, Alter Abschluss bestätigt Oh Ihr müsst verstehen, Leute Ich erzähle es dir Ich lebe hier alleine in meiner Wohnung Ich bin ziemlich einsam Und wenn ich dann so einen Livestream mache Dann habe ich so das Gefühl, dass ich nicht alleine bin Und ja Der eine schreibt So eiskalt Ich bin ein Hushens Gut Ich weiß zwar nicht, wie lange ich schon stream Aber das kann einer der längsten Livestreams auf YouTube werden Oh mein, jetzt kann ich endlich mal wieder zocken Leute, das ist das behinderte, was wir machen Was einer machen kann In die Lobby zu gehen und so tun Und so sagen Oh, jetzt kann ich mal endlich wieder zocken Und zum Beispiel wie der gerade eben Und erwarten, dass ich ihn anspreche Hallo Ist hier irgendjemand noch im Spielchat? Ich bin ein Teamschlafregel Hallo Lass ihn seine Aufmerksamkeit Die bekommt ihr ja jetzt im Livestream Schreibt ihn einfach eine Nachrichten Mit dazu von Snickers-Eis Da sind Leute, die Aufmerksamkeit suchen Oh, endlich Oh, kann ich endlich mal wieder zocken, ey Ich glaube, diese Kinder mussten alle entjoufern So, los geht's Es geht wieder los Es geht wieder los Ich hab vergessen, Trinken einzukaufen Wenn ich sowas vergesse, muss ich vom Wasserhahn trinken Das nervt übel Oh, da kommt schon unser Gegner Keine Sorge, Leute Oh, das war knapp Komm, heb meinen links auf Mein Tag Danke Hab dich lieb Weißt du was? Nein Oh, scheiße Kurz vor meinem Mist Kurz vor meiner UAV Ich hab ihn wieder Ich hab ihn wieder Ist ja voll lustig, wie er sich aufschickt. Nein! Die sterben, Alter! Auto! Auto-Time! Bester Spawn ever! Der beste Spawn auf der Welt! Ey, du bist ein Deutscher! Gott, ist das schlecht, Alter. Ich würd's ja verstehen, wenn man's wenigstens schlau machen würde. Aber der macht das ja alles andere als schlau. Nein! Das war so knapp! Da waren zwei Leute. Die hätte ich alle wegbumsen können. Sowas würde ich niemals tun. So einer bin ich nicht. So einer bin ich nicht. Ich schlafe nicht mit Mädchen. Ich habe nur Sex mit ihnen. Er muss auch nachladen. Aber ich kill ihn. Oh, da ist einer. Da ist einer. Nein! Nein! Komm schon, Alter! Verarschen! Ach, Mann! Oh, Mann! Komm schon! Ah, da ist einer! Nein! Das ist so geil, Alter! Hi! Ist auch aus dem Fenster! So! Hm, hm, hm! Ah, hi! Gott, diese Taktik ist so alt. Hebt das lieber nicht auf. Dann weiß ich nie, was denn ist. Hebt das lieber nicht auf, Alter. Ich hab kein gutes Gefühl. Kann er an der Bombe drin sein, kann er, ne? So. Nein, komm schon! Nein, ich dachte! Toll, ich habe den Tag aufgehoben. Danach dachte ich, ich habe ihn schon erledigt, weil er die Punktzahl aufgepoppt ist. Toll, Alter! Heute habe ich vergessen, mein Englisch-Vokabeln zu lernen. Na toll, Alter. Tut er ihn! Alter! Dein Ernst? Weitereid! Ähm. Wo ist denn? Willst du nicht sterben? Sag dir gleich, wenn ich euch sterbe. Halt die Fresse, Mann! Schwamm! So, schön Meine Lieblingsgranaten werfen Da ist keiner Falsch gedacht Aber das geht bis 100 Sollt ihr noch voll lange das spielen Wir verlieren diesen Kampf Kann doch gar nicht sein Nein, ich hasse diese Waffe, Alter Ich nehme lieber die Waffe Bei der anderen muss ich viel zu lange nachladen Das nervt übel Wisst ihr das? Ich glaube ich sollte hier rausgehen Ja, ich gehe hier raus, das dauert mir zu lange Ich spiele ein normales Team Deathmatch Das dauert nicht so lange und ist auch nicht so nervig Oh, ich habe falsche Klasse, egal Gut Nein, das war so knapp, Alter Ich muss ehrlich gestehen Ich fand der Black Ops 1 besser als Black Ops 2 Aber ist ja, ich glaube meistens immer so Dass man die L-10-Kollektiv nicht einfach besser findet Wenn das neue MW rauskommt Oder ich weiß nicht, was das heißen wird Dann werden wir es auch geil besser finden Oh, ich habe ver- ah, ich habe Wo ist er? Da ist er Oh, ich habe nur das schlechte Dings da mit Egal, lass uns einfach mal anfangen Ich habe die vergessen zu ändern Deswegen habe ich die ja noch Nicht, weil ich ein Noob bin Nein, ich bin doch kein Noob Ich bin ein Pro Nein, falsch, ich war falsch lang Wir müssen den richtigen Weg fahren Gibt es hier irgendwie einen Boost? Oh Bam Haha Geil, Alter So Feindlicher Orbitalsatellit Selbstmord Was anderes bringt es Was anderes bringt es echt nicht Es ist aber nicht so Das einzige, was bringt wirklich Bei Orbitalsatelliten Selbstmord Wenn ihr eine andere Lösung wisst Dann sagt mir bitte Ja, scheiße Ich komme schon Wir haben hier ein Orbitalsatellit bekommen Ich bitte euch Scheiße Man fühlt sich nie sicher, Alter Weil man weiß, man wird die ganze Zeit gesehen Guck mal, der hat ein Orbitalsatellit oben Aber hockt in der Ecke Du bist schlau, mein Junge Ich gehe raus, Leute Das ist kein Sinn Mit Orbitalsatellit Ach, Mann Ich habe eine Idee, was wir machen Ich habe eine verdammte Idee Seid ihr mit dabei? Wir spielen ein Spiel Und zwar mit euch Und zwar wir machen es so Dass ihr Euch versteckt Und ich werde euch suchen Wir spielen also so eine Art Verstecken Und ähm Ja, wie ihr wollt Aber Wollt ihr das sehen oder nicht? Ich weiß nicht Das ist mir gerade irgendwie so eingefallen Ähm Jetzt überlege ich natürlich, was ich mache Ich mache es einfach so Ähm Guck mal Also ich mache jetzt einfach Karte wechseln Wir nehmen eine große Karte Wir nehmen Drone Ganz geil Ähm Jetzt nehmen wir Spielmodus Ähm Ähm Frei für alle machen wir Spielregeln Kein Zeitlimit Oder nur die Zeitlimit Die Gewinner Dann nehmen wir auch eine andere Karte Die kommen in meine In meine Freundesliste Okay Also ich muss das noch Jetzt mache ich es einfach so ziemlich spontan Das können wir aber durch öfter machen Ich habe 15 Minuten Zeit Um euch alle zu finden Ich weiß nicht, ob das zu viel ist Oder zu wenig Aber ich mache einfach mal Ähm Oder nee Am Anfang machen wir erstmal Ein kleines Testspiel Und danach Wenn ich das normal machen sollte Dann ähm Machen wir das Da kommt ihr halt in meine Freundesliste Oder so Ich weiß nicht Ein paar Leute wollten das Deswegen Wieso nicht Ähm Dann nehmen wir einfach Ähm Ja Punkte Limit Ist Ja machen wir ganz hoch Der letzte der Nicht stimmt Man darf ja nicht wieder spawnen Genau dann müssen wir suchen Und den Stirn spielen Oder was kann man spielen Um Ähm Was kann man denn spielen Um Ähm Damit man Damit man nicht wieder spawnt Dass es dann wirklich das Einzige ist Dann Oder kann man das vielleicht einstellen Wartet mal Einstiegs Ähm Einstiegsverzögerung Ohne Einstieg erzwingen Was Spiel das denn Nein Gesundheit kann durch Auf 100 bleiben Ich muss euch ja da messern Ganz wichtig Ich darf euch auch nur dabei messern Das ist ganz wichtig Ich darf euch wirklich nur dabei messern Eigene Klassen Vorgegebene Klassen Ich weiß nicht Wenn ihr einen Tipp habt Wie ich das machen soll Leben ein Was soll ich mit Leben einstellen Wieso Leben Erstmal Äh Was sollen wir denn überhaupt spielen Ich glaube wir machen erstmal so Und stören Ich spiele alleine im Team dann Und Äh Gesundheit und Einstieg Ach hier Treffanzeige nur Volltreffer Gesundheit Ähm Was Okay Nur Volltreffer Von Nein Treffanzeige Gesundheit Regulation Teambeschuss Aus Ja das ist ja nix Wenn ihr das spielen wollt Dann Wieso nicht Ach hier Punkteserien Nicht erlaubt Timer vor dem Spiel Ja gut Kann man auch machen Äh Zeit vor der Runde Ja machen wir ja 5 Sekunden Teamausgleich Aus Teamwechsel während des Spiels Erlaubt Gut Dynamische Karten Elemente Abschlusskammer Ein Äh Externe Zuschaueransicht COD Casting Minikarte erlaubt Stimme Keine Ahnung Kann man das irgendwie machen Dass man nicht einsteigen kann Ja da spielen wir einfach so Und stören Punkt Ich überlege gerade Ich habe nämlich keine Ahnung Ach hier Aber wisst ihr was Leute Wir scheißen drauf Ich mache das einfach mal Am nächsten Mal Okay Ich mache das einfach mal Am nächsten Mal Weil das hat im Moment keinen Sinn Da muss ich mich ein bisschen mehr informieren Und ja ich werde für heute erstmal den Livestream einfach mal beenden Weil Ja ich habe für heute schon ziemlich viel live streamt Und ich muss noch ein paar andere Sachen aufnehmen und so weiter und so fort Und erstmal eine kleine Pause machen auf jeden Fall Und ja ich werde den Livestream hochladen und ja dann werde ich nur noch sagen bis zum nächsten Mal Danke dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal Und das habe ich schon mal gesagt Aber ist ja auch egal Und ja Haut rein Bis zum nächsten Mal